Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Heute mit David Hain. Wir reden über die Neuigkeiten der Nintendo Direct und der BlizzCon 2021. Außerdem gibt es unsere Eindrücke zu Little Nightmares 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 309 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist ausnahmsweise mal nicht der Robin, sondern der David. Hallo David. Hallo, es ist Tradition. Es ist die BlizzCon gewesen. Ich muss quasi heute da sein. Ja, es passiert von automatisch, dass du auch ganz ohne Inifus und Pentagramm Zauberei hier herbeigeschworen wirst. Jedes Mal, wenn der Name BlizzCon auch nur geflüstert wird. Und das freut mich sehr. Ja, das Einzige, wo ich jetzt wirklich komplett umgewöhnen müsste. Ich habe jetzt die letzte Folge Podcast gehört. Robins Katze ist so präsent mittlerweile im Podcast durch ihre Hintergrundgeräusche. Eigentlich könnte sie als festes Hooked-Mitglied mit einsteigen. Ich habe leider keine Katze. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich müsste eigentlich wirklich jedes Mal auch so ein extra Porträtbild von ihr ins Thumbnail bauen, damit das eine akkurate Darstellung wäre. Ich finde auch geil, wie ihr das so richtig schön wegignoriert. Also wie im Hintergrund die ganze... Und ihr redet einfach weiter, als wäre nichts. Das ist wirklich super. Bis dann sie irgendwann auf die Tastatur raufklettert und dann sagt, oh, sorry, die Katze. So als hätte man nicht gehört, dass sie sowieso die ganze Zeit schon randaliert im Hintergrund. Ja, das ist auch witzig. Über Discord höre ich das teilweise weniger als dann in der Aufnahme selbst, weil Discord scheinbar ein bisschen was von alleine rausfiltert. Aber ja, falls ihr euch fragt, wo Robin bleibt, denen geht es heute leider nicht so gut. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber ich habe ja kompetente Vertretung an meiner Seite und freue mich schon sehr auf den BlizzCon-Talk, den wir gleich haben werden, David. Davor reden wir allerdings über die Nintendo Direct, die am 17. Februar stattfand und bei der es ja auch einige Ankündigungen gab und Shadow Drops von Demos und Spielen. Und über eine dieser Demos reden wir dann auch gleich direkt. Aber ich gehe es einfach mal so ein bisschen durch, ohne dass wir jetzt über alles reden werden. Als allererstes wurden für Super Smash Bros. Ultimate Pyra und Mythra aus Xenoblade Chronicles 2 angekündigt. In, wie ich finde, in einem sehr getrollten Trailer, bei dem Robin und ich bei dem Stream auch sehr auf dem Schlauch standen, weil wir erst dachten, hä, kommt hier ein Add-on oder sowas? Und dann, nein, ist es ganz offensichtlich ein Smash-Trailer. Da haben sie uns wieder ganz schön getrollt. Da bist du ja, nehme ich mal an, komplett raus oder aus dieser ganzen Smash-Nummer. Ja, also ich gucke mittlerweile solche Sachen wie die Nintendo Direct, aber jetzt auch die BlizzCon, die schaue ich mir nicht mehr so an, als dass ich mir den Stream der BlizzCon angucke oder die Nintendo Direct, sondern ich gucke direkt eure Reaction-Streams dazu, damit ich das einordnen kann. Weil zum Beispiel bei so Sachen wie Smash Bros. bin ich halt raus und dann, ob es jetzt doof ist oder nicht so doof, erfahre ich dann mal erst, wenn Robin quiekt oder du sagst so, yeah, wow. Und in dem Fall merke ich dann bei solchen Sachen, dass ich Nachholbedarf habe oder nicht. Aber ja, Smash Bros., wie du weißt, das ist nicht so mein Ding. Ja, ja. Das Ding ist bei mir ist ja, ich mag ja Xenoblade super gern. Und ich mag auch Xenoblade Chronicles 2, obwohl das bei vielen Fans nicht so beliebt ist. Aber also Pyra und Mythra sind jetzt trotzdem nicht meine Lieblingscharaktere. Das ist so, ich nehme die gern in Smash, aber ich freue mich da jetzt nicht so sehr, wie ich mich zum Beispiel über einen Sephiroth gefreut habe zuletzt aus Final Fantasy 7, wo sie auch mit dem Trailer noch mal deutlich mehr geklotzt haben. Aber das ist okay. Das kann ja nicht jeder Charakter sein. Und dann ging es ja weiter mit so ein paar Spielen, mit denen man nicht so richtig gerechnet hat. Was ich sehr interessant finde, sind die Releases von Famicom Detective Club. Das sind zwei Spiele, einmal The Missing Air und The Girl Who Stands Behind, die beide am 14. Mai erscheinen sollen. Und das ist das erste Mal, dass sie außerhalb von Japan erscheinen. Das sind nämlich wirklich Spiele aus irgendwie Ende der 80er, die halt fürs Famicom erschienen sind. Und das finde ich ja super cool, dass die hier in so einer Remakten-Form dann jetzt den Weg hierher finden. Sind halt Visual Novels und dadurch recht nischig. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, wenn diese Spiele dann doch noch übersetzt werden offiziell. Warte ja immer noch sehr gespannt auf diese Felix Wright-Ankündigung, die da hoffentlich noch kommt. Und habe mich auch gefreut darüber, dass Fire Emblem 1 zum Beispiel erst vor kurzem auf der Switch erschienen ist. Und bin dann hier bei sowas auch sofort dabei. Ich mache diese Sendung Firsts nebenbei, wo ich über die ersten Spiele in ihren Genres rede. Und da ist ganz interessant, wie oft ich angelange bei so japanischen Visual Novels, die zum Beispiel die ersten Dialoge haben, die sich verzweigt haben oder Spieleentscheidungen. Es gibt einen Titel, der nennt sich, glaube ich, Portopia Serial Murder Case. Es gilt so als das wichtigste, die wichtigste Visual Novel aus der damaligen Zeit, auf der dann alle aufbauen. Und ich glaube, dass Famicom Detectives, das muss, glaube ich, genau in derselben Zeit gekommen sein. Es ist super spannend zu sehen, wie einflussreich diese Spiele gewesen sind. Und deswegen ist es umso besser, dass die jetzt halt eben nochmal dann tatsächlich, dass Nintendo sich sagt, so, okay, das droppen wir jetzt im Jahr 2021 auf Nintendo Direct. Ja, es ist ein bisschen random. Aber das passt auch so ein bisschen zu dieser Nintendo Direct. Der ganzen Direct, ja. Ja, genau. Das habe ich jetzt noch gar nicht dazu gesagt. Das ist ja die erste Direct gewesen seit September 2019. Die erste richtige große Direct. Davor gab es immer so Mini-Showcases oder Third-Party-Showcases im Jahr 2020. Dementsprechend waren die Erwartungen sehr hoch. Und insgesamt, kann man ja jetzt schon mal sagen, hat die Direct diese Erwartungen nicht so ganz erfüllen können. Also viele Fans waren davon enttäuscht. Mir ging es hier wieder so, dass ich, wenn ich im Nachhinein so auf die Liste der Sachen gucke, die angekündigt wurden, dann ist das vollkommen okay. Also die haben gute Sachen angekündigt und auch interessante Sachen. Aber ich glaube, es ist halt ein bisschen an der Erwartungshaltung gescheitert. Aber nichtsdestotrotz, ich fände es halt schade, wenn dann so Ankündigungen wie Famicom Detective Club hinten runterfallen als, ja, das ist ja jetzt nicht Metroid Prime. Das ist genug, ja, ja. 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 Und deswegen will ich es hier nochmal erwähnen. Worüber sich Robin sehr gefreut hat, war Samurai Warriors 5, der Spin-Off-Reihe von Dynasty Warriors, das im Sommer erscheinen soll. Ist jetzt nicht so 100 Prozent mein Ding. Und Robin meint auch, der Vorgänger auf den anderen Konsolen, Playstation 4 und so, sah halt besser aus. Aber so ist das halt. Samurai Warriors? Genau, Samurai Warriors. Meinst du jetzt, reden wir über den 2D-Brawler von der Seite, also den Fighter? Nee, nee, nee. Samurai Warriors ist halt wie Dynasty Warriors. Nur halt mit Samurais. Das kenne ich ja gar nicht. Was, wie war nochmal Samurai Showdown? Ja, das habe ich verwechselt. Showdown, ja, genau. Das ist das Prügelspiel. Ah, okay, okay, alles klar. Nee, das habe ich auch gar nicht. Ich bin ja, bei so ein paar Titeln bin ich durchgeskippt und da dachte ich so, okay, Samurai Showdown kommt jetzt auch für die Switch. Ich glaube, es gibt es aber sogar schon für die Switch, deswegen. Das gibt es schon für die Switch, genau. Ja, sehr gut. Spielverständnis, Spezialist David Hine. Gibt schon einen Grund, weshalb du hier bist. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben dann noch diverse Remastered und Square Enix Spiele gehabt, nämlich Legend of Mana und Saga Frontier Remastered, die erscheinen werden für die Switch. Das eine im Juni, das andere im April. Legend of Mana sieht da deutlich cooler aus. War im Original, glaube ich, ein PlayStation 1 Spiel und soll jetzt mit neuer Musik daherkommen. Man kann aber auch die Originalmusik anschalten. Man soll die Encounter zum Beispiel ausstellen können, um das Spiel halt so ein bisschen weniger grindy zu machen, sozusagen. Und das sieht auch ganz cool aus. Und parallel haben sie Saga Frontier Remastered gezeigt. Eine Reihe, mit der ich übrigens noch gar keine Berührung hatte, die Saga-Reihe. Für den April, dass auch neue Inhalte haben soll. Und das sieht wiederum richtig blöd aus. Also Square, bei Square wird, glaube ich, immer gewürfelt. Und wenn eine gerade Zahl kommt, dann sagen sie, ja, hier machen wir jetzt richtig viele neue Inhalte rein, hier kommt neue Musik und wir geben uns richtig Mühe mit der HD-Version dieses Spiels. Und das war Legend of Mana. Und wenn Zahl kommt, dann, ich meine, wenn eine ungerade Zahl kommt, dann sagen sie, nee, wir weichzeichnen einfach die Sprites von früher und fertig. Und das ist leider bei Saga Frontier der Fall. Das sieht halt echt nicht so toll aus. Ich weiß ehrlich gesagt, nicht mehr. Letztes Jahr kam ja Trials of Mana. Das habe ich nicht nachgeholt, weil ich mir nicht sicher war, ob das mir nicht zu, ja, zu JRPG-ig ist, weil das ich bei einigen Titeln jetzt schon hatte. Und vor allen Dingen auch das Secret of Mana Remake nicht, nicht wirklich nicht gut fand. Nee, das war auch nicht gut. Das war wirklich so Mobile-mäßig. Da haben sie zwar komplett in 3D-Remake, aber wahnsinnig viele Abkürzungen genommen. Das wirkte wirklich wie so ein Mobile-Spiel. Ja. Und ich dachte, wenn ich dann so viel Geld jetzt ausgebe, dann hole ich lieber sowas wie Xenoblade Chronicles nach. Jetzt Legend of Mana hat tatsächlich, da finde ich halt den Grafikstil super intriguing. Das sieht so ein bisschen aus wie Golden Sun, auf dem, was war es, GBA damals, glaube ich. Ja. Finde ich richtig, richtig schön. Und wenn sie das vernünftig mit einer richtig guten Ausflösung machen, dann ist das auf jeden Fall was, was ich jetzt im Sommer, ist so ein richtig schönes Sommerspiel. Das stimmt, ja genau. Kommen wir auch genau im Sommer raus, am 24. Juni. Und es ist halt, ich finde halt immer interessant, dass die Mana-Reihe größer ist, als viele Leute es, glaube ich, im Kopf haben. Weil die Leute immer nur an Secret of Mana denken, genau. Und das ist halt das große Spiel, was jeder irgendwie gespielt hat. Und weil es auch das war, was es halt bei uns gab. Ich weiß, dass ich noch auf dem DS ein Spiel gespielt habe namens Children of Mana. Und das war nicht so gut. Das war ein bisschen grindy und langweilig. Aber es gibt halt diverse Spiele in dieser Reihe. Und Legend of Mana ist eins, was halt, glaube ich, auch nicht bei uns erschienen ist und was zu den Beliebteren gehört. Deswegen, da bin ich auch gespannt drauf. Bei Saga Frontier sage ich mir wiederum so, das wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt mein Einstieg in die Serie. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht noch sagen, weil Legend of Mana finde ich übrigens interessant, weil wir jetzt nachher noch zu einem anderen Spiel kommen, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage aufkommt, kann man zwischen der alten und der neuen Grafik hin und her schalten oder zwischen der aufgehübschten? Man sieht Legend of Mana wahrscheinlich einfach zu sehr aus wie das Original. Aber was sie stattdessen gemacht haben, ist, dass du zwischen dem Originalen und dem neu arrangierten Soundtracks wechseln kannst auf Knopfdruck. Und das finde ich wirklich eigentlich auch eine geile Sache, weil man da dann den Unterschied auch zum Teil nochmal hört. Die ist ja wahnsinnig groß zum Teil, wenn man die neu arrangiert. Genau, meine Sorge ist da immer so ein bisschen auch die, jetzt aufgrund des Secret of Mana Remakes, dass man quasi auf den alten Soundtrack zurückschalten muss, weil die neu arrangierten Stücke so schlimm sind. Aber ja, bleiben wir mal hoffen. Vielleicht ist es wie ein Final Fantasy 7 Remake, da war es ja wirklich spektakulär, was sie mit dem Soundtrack gemacht haben. Ja, genau. Ganz so hoch habe ich meine Erwartungen dann dafür nicht gesteckt, aber wäre natürlich schön. Wir hatten dann ein Spiel, über das ich mich sehr gefreut habe, weil ich mich über die Sportspiele von Nintendo immer sehr freue, nämlich Mario Golf Super Rush. Ein Spiel, in dem man einen Spielmodus hat namens Speed Golf, in dem man mit Mario, Vario und Bowser in Golfklamotten über Golfkurse heizt und sich gegenseitig aus dem Weg ballert, damit man ganz schnell zum nächsten Loch kommt und da einlochen kann. Und das klingt so dumm, das möchte ich gerne sofort spielen, kann ich aber erst am 25. Juni. Ja, also ich muss gestehen, ich habe noch nie einen Mario Golf gespielt und ich glaube, ich habe selber, dass die letzte Golfspiel-Berührung, die ich hatte, war mit der guten alten Lynx-Reihe, also die mit Y auf dem PC damals noch. Es gab natürlich noch dieses Golf-Story, was ich immer wieder nenne, wo ja auch 2021 der Nachfolger kommen soll. Das ist dann mein Highlight dieses Jahr. Mario Golf, weiß ich nicht, weil ich glaube, Mario Golf war tatsächlich immer echtes Golf. Also du hast tatsächlich nicht mehr gemacht, als auf die Windrichtung zu achten und dann versucht einzulochen und ab und zu hat dann Prinzessin Peach gerufen, geil Mario, Loch ein. Genau das ist es, David. Du hast exakt beschrieben, was Mario Golf ist in den letzten 20 Jahren. Das war mir immer zu wenig so, aber wenn du sagst, dass jetzt neue Spielmodi dazukommen, dann hat das ja vielleicht noch so diesen Party-Faktor, der dann irgendwie dazukommt. Genau, den gab's auch vorher schon in den Spielen. Das Ding ist, was Nintendo ja immer macht, sie machen schon die Sportspiele so, dass der Sport ganz okay emuliert wird. Aber es bleibt halt arcadig, ne? Also es ist jetzt nicht so mega realistisch, dass da jetzt jedes Detail des Kurses einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie dein Ball da fliegt, sondern du hast so Superschüsse und so ein Kram und das wird's ja hier sicherlich auch wieder geben. Aber dann noch so was zu machen, wie irgendwie dieses Speed-Golf-Ding einzuführen, das find ich halt interessant. Und zu sagen, wir haben ja einen Story-Modus, wo du mit deinem Mi rumrennst und richtige Progression hast, das find ich ist immer der Schritt mehr, der in der Vergangenheit immer mal gefehlt hat bei diesen Spielen, wo dann auch das eben nicht nur auf diesen Party-Aspekt ausgelegt ist, sondern auch für Singleplayer-Leute was zu spielen gibt. So wie es zuletzt zum Beispiel auch war bei Mario Tennis Aces, was ja ein großer Fortschritt war im Vergleich zum Vorgänger, wo fast gar keine Inhalte drin steckten. Und das Spiel war noch nicht ganz da, wo ich's gerne hätte. Da hätt ich gern noch mehr Unlockables gehabt und noch mehr Spielereien mit dem grundlegenden Gameplay. Aber dieses Mario Golf Super Rush, find ich, sieht zumindest jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr spaßig aus. Und da freu ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, am 25. Juni soll das erscheinen. Vielleicht ist das ja dann auch was für dich. Jaja, du kannst es ja mit dem Joy-Con, das ist glaube ich immer so eine Sache, die ich bei der Switch gerne vergesse, ist, dass die Switch ja nicht nur handheld ist und das Ding reinstecken und dann auf dem Fernseher spielen, sondern mit den Joy-Cons hast du ja noch tatsächlich diese Bewegungsmodi, die ich glaube ich noch nicht einmal benutzt habe, aber die passt perfekt für Mario Golf, die soll man da ja auch benutzen können. Und das ist halt dann ein Ding, wenn du auf der Party stehst, hast irgendwie dieses Spiel drin und alle stehen drumherum, wie du so eine blöde Golf-Bewegung mit dem Joy-Con machst. Ich glaube, das ist richtig witzig. Denke ich auch, denke ich auch. Aber ich finde halt schön, dass sie dann beides anbieten, dass sie sagen, okay, man kann das halt so spielen, aber du kannst auch ganz normal mit dem Controller zocken. So ist es mir immer am liebsten. Wir haben darüber hinaus noch einen Trailer gesehen zu No More Heroes 3. Ein Spiel, auf das wir ja jetzt schon eine ganze Weile warten und es gibt jetzt auch ein Release-Datum, nämlich den 27. August, da soll No More Heroes 3 auf der Switch erscheinen. Und der Trailer ist rough, würde man im Englischen sagen. Also es ist, man sieht, dass dieses Spiel ein bisschen unter der Performance und der Bildqualität leidet, die sie mit der Switch so hinbekommen, weil es sieht halt echt aus, als ob es in 360p-Auflösung läuft. Ja. Echt nicht so hübsch. Ich finde halt das super schade, weil das, was man aus spielerischer Sicht sieht, die zeigen ja irgendwie zehn verschiedene Genres in diesem einen Trailer, das finde ich super geil. Aber es wirkt halt technisch wirklich, da wünsche ich mir direkt einen PC-Port, das ist ein bisschen schade. Also wenn man Robins Gefühlsregungen während des Trailers oder während des Streams irgendwie aufnehmen könnte und das von so einem Apparat in eine Video-Wertung umsetzen könnte, dann wäre das halt, die würde wahrscheinlich zwischen eins und zehn einfach hin und her pendeln, weil ich das so geil finde, ihm zuzugucken, der so sagt so, hey, ja, wie sieht denn das aus? Aber hey, ja, geil. Ich verstehe das schon total, das ist eines der kreativsten Spiele, die man sich aktuell holen kann und dann sieht es aus, wie es aussieht. Es tut einem so ein bisschen weh, hat so ein bisschen diesen Deadly Premonition-Effekt. Gut, das ist technisch auch noch Quatsch und ruckelt dann, aber ja, es ist schade, dass dann das auch jetzt immer noch nichts von der Switch Pro zu hören ist, weil genau für solche Spiele wäre das Ding dann halt eigentlich perfekt, damit sowas dann auch da laufen kann. Aber dann würdest du wahrscheinlich die normalen Switch-Spieler komplett ausschließen und ich glaube, das kannst du nicht machen. Und dann muss es halt so aussehen. Es würde halt nicht exklusiv werden, aber potenziell dann profitieren von der verbesserten Hardware. Aber wer weiß, ob und wann und wie wir die bekommen werden. So wissen wir jetzt erst mal, okay, No Manos 3 sieht halt aus, wie es aussieht. Muss man sich dann mit orangieren, wenn man das spielen möchte. Meine Lieblingsinfo, die hier rauskam, ist auf Twitter gewesen von Suda51, wo er einfach nur geschrieben hat, dass der Zwillingsbruder von Travis Touchdown ja in dem Spiel vorkommt. Und der heißt Henry Cooldown. Das finde ich einfach gut. Finde ich einfach gut. Bin ich ein Fan von. Suda51. Weiß schon irgendwo, was er da macht. Aber immerhin zeigt er uns inzwischen richtige Trailer und steht nicht selbst vor der Spiele-Footage, während er über sein Spiel redet. Das stimmt allerdings, ja. Neon White wurde direkt nach No More Heroes 3 gezeigt und soll im Winter erscheinen. Und dieses Spiel zu beschreiben ist ein bisschen schwierig. Man ist da in der Ego-Perspektive unterwegs. Und so ein bisschen Ghostrunner-artig. Genau, Ghostrunner mit Karten, habe ich gedacht. Genau, slasht man sich von Gegner zu Gegner und wählt aber vorher immer irgendwie eine von drei Karten aus oder so. Also es ist wirklich so ein Kartenspiel-Aspekt. Dann so dieses Ghostrunner, First-Person-Melee-artige, aber auch so ein bisschen Mirror's Edge-mäßig. Und die Ästhetik ist halt auch irgendwo dazwischen. Und das kommt halt von Ben Esposito, dem Macher von Donut County. Was ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt ist. Donut County, für die Leute, die sich vielleicht nicht erinnern, ist das Spiel, in dem man ein Loch gesteuert hat. Und Sachen aus der Spielwelt entfernt hat, wo so ein Waschbär und so ein paar andere Charaktere in der Story die Hauptfiguren waren. Und das war sehr cute und kurz und schön. Und das hier ist was komplett anderes. Und ich finde, es sieht super interessant aus. Also ich hab auch gedacht so, also im Grunde sowas wie Slay the Ghostrunner oder so. Oder Ghostrunner the Spire. Ich dachte mir so, Ghostrunner ist ja schon wahnsinnig schwierig. Und wenn ich dann auch noch, statt meine Reaktionen nutzen zu müssen, auswählen muss, welche Karte in diesem Zusammenhang passt. Weil es sah so im Trailer so ein bisschen aus, als hätte das so, nicht, dass du den Attack auswählst, sondern vermutlich sind einige Gegner oder Sachen dann nur mit einer ganz speziellen Attacke zu bezwingen. Und dann wird's ja plötzlich so kompliziert, dass mein altes Gehirn schon ausschaltet. Also es sah super intriguing aus. Ich mochte auch den Stil, den Grafikstil. Aber ich glaub, das ist kein Spiel für mich. Weil Ghostrunner, das war mir schon too much bisweilen. Ja, ich frag mich halt, wie viel von dem Spiel ist wirklich reaktionsbasiert und wie viel ist Strategie mit den Karten. Weil wir sehen ja jetzt nicht so wirklich, wie sich jemand in diesem Trailer Zeit nimmt, um die Karten auszuwählen. Sondern das wird ja immer recht schnell eine Karte ausgewählt und dann geht's weiter. Aber es kann ja sein, dass du trotzdem viel mehr Zeit hast, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt diese Fähigkeit hier benutzen oder sonst wie. Aber das ... Es wäre interessant zu wissen, ob du vorher dein Deck tatsächlich selber bildest. Genau, ja. Oder ob es, was es für Mechaniken gibt, um diese Karten überhaupt zu erlangen und einzusetzen. Das wurde nicht so richtig klar in dem Trailer. Aber ich bin ... Also ich find, das ist ein sehr schöner Trailer, weil er ist zum einen ... Zeigt er dir schon ziemlich genau, wie dieses Spiel aussieht und wie es sich anfühlt und wie es atmosphärisch ist. Und auf der anderen Seite hast du halt noch ganz viele Fragen im Kopf. Ja. Weil du zwar darauf guckst und Elemente aus anderen Spielen erkennst, aber das so in der Form noch nicht gesehen hast. Äh, und das find ich super interessant. Und da bin ich sehr dabei. Wir haben direkt danach noch eine Spiele-Neuankündigung gehabt von Square Enix, nämlich das Spiel mit dem besten Spielenamen aus dieser Nintendo Direct. Project Triangle Strategy von Square Enix. Das ist von den gleichen ... Die besten Spielenamen seit Octopath Traveler. Genau. Das hieß auch schon Project Octopath Traveler. Ja, stimmt. Und hieß dann einfach Octopath Traveler. Also können wir uns auf Triangle Strategy freuen. Ja, im Wesentlichen schon. Und das kommt halt von den Machern von Octopath Traveler und sieht ja auch so aus. Also hat dieses HD2D, wie sie es nennen. Also diese 3D-Hintergründe mit 2D-Pixel-Art-Figuren und auch die Texturen von den umgebenden Gebäuden und so sehen auch aus wie aus einem Super-Nintendo-Spiel. Aber es ist halt in 3D gerendert und mit aktuellen Shadern. Und es hat dadurch so ein bisschen ... Dadurch, dass sie auch mit Tiefen und Schärfe spielen, so ein Diorama-Charme. Es sieht alles ein bisschen nach Miniaturen aus. Ich liebe die Spiele. Also ich glaube, Octopath Traveler habe ich, glaube ich ... Entschuldigung. Ich glaube, ich habe Octopath Traveler deutlich länger gespielt, als ich es gewollt hätte, weil es leider so ab der Hälfte zu so einer Grinding-Hölle wird, die auch keinen Spaß mehr macht. Nur des Grafikstils wegen. Also deswegen war ich natürlich auch beim Trailer sofort, dachte ich so, okay, muss ich spielen. Und sie haben es ja gemacht, wie bei Octopath Traveler auch, dass sie mit der ersten Ankündigung gleich gesagt haben, hier ist gleichzeitig auch noch eine Demo. Genau. Und die haben wir ja beide auch gespielt. Das Spiel soll ja erst 2022 erscheinen, sagen sie ja direkt. Aber mit dieser Demo sammeln sie halt auch Feedback. Und ich habe mir die dann halt auch übers Wochenende runtergeladen und habe zumindest mal die ersten Cutscenes und den ersten Kampf gespielt. Dieses eine Kapitel, was man da machen konnte. Weiter habe ich noch nicht gespielt. Aber ich finde halt ganz schön, bei Octopath Traveler war es so, du hast ja wirklich den Anfang des Spiels gespielt mit zwei Charakteren. Und konntest demnach auch der Story ganz gut folgen und hast die Charaktere kennengelernt. Und da war ich dann direkt auch storytechnisch erst mal hooked in der Demo. Und hier ist es so, du fängst halt in Kapitel 6 an mit einer Cutscene, die mir gar nichts gebracht hat, weil ich die Charaktere gerade noch gar nicht kenne. Und ich war ein bisschen überfordert. Aber dann vom Kampfsystem selbst, was ja in so eine Fire Emblem-Ogre-Tactics-Richtung geht oder Final Fantasy-Tactics-Richtung, da war ich dann wieder sehr schnell drin, hatte ich das Gefühl. Das hat mir dann direkt Spaß gemacht. Wie ging es dir dann? Ich fand es so ein bisschen overwhelming. Also erst mal natürlich genau wie du. Du wirst reingeworfen ins Setting und weißt gar nichts. Und ich glaube, vor dem ersten Kampf ploppt auch gleich eine Meldung auf, ja, es ist ein bisschen schwieriger, weil wir wollten euch gerne zeigen, wie tiefgründig das Kampfsystem ist. Dann ist aber das Problem, dass das Kampfsystem und alles im Grunde an diesem Spiel mir noch gar nicht erklärt wurde. Deswegen war ich erst mal so, was jetzt genau? Also weil ich glaube, gleich als erste Aktion verlangt die Demo von dir, dass du deine Charaktere platzierst. Also habe ich die ganze Zeit wie ein Irrer, ich glaube, bestimmt so drei Minuten saß ich da und wollte diese Charaktere platzieren. Das Einzige, was mir aber möglich war, war, weil ich die nicht frei auf dem Feld platzieren konnte, sondern die standen in so einem kleinen Kachelsystem. Und nur in diesem Kachelsystem, in dem sie schon standen, konnte ich die Charaktere miteinander austauschen. Also ich hätte zum Beispiel den einen, der ganz vorne stand, nach hinten tauschen können mit jemandem, der dort stand. Problem war, dass ich ja noch gar nicht wusste, was sind das denn für Leute, was sind das für Klassen, was können die, welche Skills gibt es denn hier? Dadurch habe ich das erst mal komplett außen vor gelassen und hatte das Problem, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, dann diese ganzen technischen, also die ganzen taktischen Möglichkeiten. Es wurde dann angezeigt, okay, wenn du von oben angreifst, also in einer erhöhten Position, dann macht das mehr Schaden und so. Und das sind aber die einzigen Sachen, die dir am Anfang gesagt werden. Und deswegen, das war mir leider gar nichts. Deswegen habe ich auch, ich glaube, ich habe sogar mitten im Kampf abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, das möchte ich gern von Anfang an, dieses, weil das wird ja dann ja sehr smooth erklärt und du kannst mit den Klassen und den Charakteren, kannst du zusammenwachsen. Das hat leider für mich als Demo überhaupt nicht funktioniert, sondern eher sogar den gegenteiligen Effekt gehabt. Ui, na ja, dann war dafür wahrscheinlich die Herangehensweise bei Octopath Traveler ein bisschen sinnvoller. Ja, für viele. Ich habe mich wirklich ein bisschen reingefuchst. Ich habe, bevor ich die Charaktere platziert habe, sie mir wirklich alle mal angeguckt, um zu gucken, wie sind so die Speed-Stats. Also wer ist davon am ehesten vorher dran und habe die dann danach so ein bisschen sortiert. Und hatte dann zwar auch so den Effekt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe und dadurch Einheiten verloren habe, aber bin dann trotzdem gut reingekommen und man muss ja dann so ein Tor öffnen, also so Charaktere neben so einem Hebel platzieren und da unterwegs ein paar Einheiten platt machen und dann stehst du halt vor so einer Zugbrücke, wo auch Bogenschützen auf einer erhöhten Position sind, um die du dich kümmern musst, die natürlich deine Heiler oder Zauberer angreifen und dann kommt noch Verstärkung von hinten. Also es gibt schon diverse Elemente, die sie so reinschmeißen. Aber ich mag sehr, wie wichtig Position ist in dem Spiel. Also auch in dem Sinne, dass du halt deine Charaktere so positionierst, damit sie angreifen können, aber auch immer am Ende des Zuges sagen kannst, in welche Richtung sie gucken wollen, weil es relevant ist, von welcher Richtung sie angegriffen werden. Also man kann jemanden wirklich in den Rücken angreifen und hat dann dadurch einen Vorteil zum Beispiel. Und sie geben dir halt einen schönen Mix aus Klassen. Also du hast so eine Schurkin dabei, die zweimal angreifen kann und sie kann zum Beispiel so ein Stab, der den Gegner in Schlaf versetzt, Schaden macht und in Schlaf versetzt. Und wenn du danach nochmal angreifst, machst du halt Bonus-Damage, weil du ihm im Schlaf angreifst. Oder du lässt ihn halt schlafend, um ihn erstmal auszunocken, so ein bisschen Crowd-Control zu betreiben. Und das hat mir dann doch direkt Spaß gemacht. Ich finde es ein bisschen, es könnte ein bisschen schneller sein so, also das Spieltempo könnte ein bisschen höher sein. Aber diese taktische Vielfalt, die mir dann sehr schnell bewusst wurde und die halt auch ein bisschen überwältigend ist, weil sie dich halt mitten reinschmeißen mit schon so vielen Einheiten, die wurde mir dann direkt bewusst. Und das ist halt erst der eine Kampf, den ich gemacht habe. Deswegen kann ich da noch nicht viel mehr drüber urteilen. Aber bei mir hatte das nach diesem ersten Gefühl von, oh Gott, das ist mir zu viel Story und zu viel Kram, den ich wieder vergessen werde, bin ich dann reingekommen. Und da hat es dann wieder den positiven Effekt gehabt, dass ich jetzt sage, okay, ich bin erstmal interessiert an Project Triangle Strategy, aber auch immer mit dem Wissen im Hinterkopf war ich bei Octopath Traveler auch. Und Octopath Traveler hat mich halt leider verloren. Also die Sachen, die mir direkt wieder gefallen haben, war auf jeden Fall, dass zum Beispiel die Dialoge wieder großzügig vertont waren. Also das ist halt fast die gesamten Gespräche. Die waren auch wieder vertont wie bei Octopath Traveler. Also ich glaube, jeder einzelne Satz und jede Person redet immer so, wir müssen auf jeden Fall auf Toilette gehen. Das ist alles immer so eine etatralische, genau, alles ist theatralisch, alles ist eine Hero Moment. Aber ich finde es gut, dass sie es machen. Und ich erhoffe mir zumindest von diesem Strategiesystem, weil bei dem Rollenspielsystem war irgendwie das Problem dann, dass du nicht mehr hinterhergelevelt bekommen hast und dass das Kampfsystem auch irgendwann zu dröge wurde. Und da erhoffe ich mir jetzt gerade von so einem Strategiesystem, dass halt einfach durch diese ganzen Mechaniken und einfach diesen ganzen, durch den Faktor, den Strategie E mitbringt, das auch noch bis ins Late Game interessant sein wird. Da ist dann für mich tatsächlich ein bisschen davon abhängig, wie ist die Story? Die waren beim ersten auch schon nicht so spektakulär. Und wie ist der Schwierigkeitsgrad? Und das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ich bin auf jeden Fall wie beim ersten Teil intrigued und sei es allein schon wegen dem Grafikstil. Ich finde ja bei Octopath so absurd. Ich fand die Story ja gar nicht schlecht, aber es war zu viel und zu zerklüftet. Und dann kam ich halt auch nicht so richtig an die Story ran, weil ich so viel dann zwischendrin noch aufleveln musste und so. Und da hat es mich dann halt leider verloren. Und hier gibt es ja gar nicht diese Aufspaltung in irgendwie acht verschiedene Charaktere, sondern du spielst halt die Story mit den Charakteren, die du hast. Und stattdessen gibt es einen Fokus auf Entscheidungen, was sie ja auch im Trailer sagen und was in der Demo jetzt nur an einer Stelle bisher ganz kurz vorkam, wo du in einem Dialog Entscheidungen triffst und die werden dann im Hintergrund getrackt, nicht sichtbar. Also es gibt sogar eine Tutorial-Message, wo aufploppt, das wird nicht visuell repräsentiert, welche Entscheidungen du da getroffen hast, sondern diese Auswirkungen davon passieren dann einfach. Und das finde ich auch wieder auf einer theoretischen Ebene super interessant. Kann halt noch nicht sagen, wie es dann in der Praxis wird, weil wenn die Story zum Beispiel langweilig ist, dann ist mir auch egal, was für Entscheidungen ich da treffe. Aber ich bin, ja, ich weiß nicht, ob ich sogar doch vorsichtig optimistisch bin. Sagen wir es so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass halt zwei Menschen ein völlig unterschiedliches Spiel erleben werden durch diese Entscheidung. Und wenn es so wäre... Kommt darauf an, wie lang es ist, ne? Ja, aber wahrscheinlich Octopath Traveler war ja auch, also endlos fühlt es sich an, was aber wahrscheinlich auch durch diese einzelnen Storys so war. Und weil du ja ab einem bestimmten Zeitpunkt... Ich weiß gar nicht mehr, warum das Grinding auch so krass war. Ich glaube, weil die unterschiedlichen Charaktere, die du nicht dabei oder nicht in deiner Hauptparty hattest, haben, glaube ich, nicht mitgelevelt, sodass du, glaube ich, dann einzeln... Ja, du musstest viel hinterherleveln. Ach, ja, grauenhaft. Also deswegen, da wurde es dann halt auch künstlich gestreckt. Deswegen gucken wir mal einfach... Das soll ja dieses Jahr noch kommen, oder? Nee, 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 tatsächlich erst nächstes Jahr. Sie haben 2022 gesagt, ja. Ja, gut. Dieses Jahr müssen wir... Also man kann halt die Demo spielen. Gut, machen wir. Wir haben da noch weitere Ankündigungen, zum Beispiel die Ninja Gaiden Master Collection, die erscheinen soll. Für die Switch wurde sie hier bei der Direct angekündigt, aber wir wissen inzwischen auch, dass sie für PlayStation, Xbox One und PC erscheinen soll. Und die beinhaltet Ninja Gaiden Sigma 1 und 2 und Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, inklusive allen DLCs, soll am 10. Juni erscheinen. Und ist so ein Ding, wo ja Robin auch direkt sagt, und was ich jetzt auch schon mehrfach gelesen habe, wo Leute sagen, das ist was Schön, weil Ninja Gaiden kommt zurück und Ninja Gaiden-Spiele sind super und fühlen sich toll an. Aber es sind die Sigma-Spiele. Und die Sigma-Spiele gelten so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob als weichgespült, ob das zu hart ist als Formulierung, aber halt nicht allzu gut wie die Originale, vor allem wohl bei Sigma 2. Und da sind die Leute halt gerade so ein bisschen, na ja, okay, das dämpft die Freude über die Rückkehr von Ninja Gaiden ein wenig. Ich habe, glaube ich, bis heute nicht ein einziges Ninja Gaiden-Spiel gespielt, weil ich glaube noch zu der damaligen Zeit, als wir bei Gamona gearbeitet haben, ob es Ninja Gaiden Black oder Ninja Gaiden Sigma war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, wie wir im Gamona-Büro Ninja Gaiden Sigma 2 gespielt haben, weil das gerade rauskam für die PlayStation 3. Aber das war, glaube ich, auch das Einzige, was ich von Ninja Gaiden gespielt habe. Ich glaube auch, genau. Und ich weiß noch, dass der damalige Tester, der Ned, der hat immer wieder gesagt, wie grauenerregend schwierig das alles ist. Und ich habe dann eben über die Schulter geguckt und gedacht, okay, nein, das ist nicht mein Spiel. Weil im Grunde ist es ja das, was Sekiro auch vorletztes Jahr gemacht hat. Nimm uns dieses sehr Timing-basierte, also du musst quasi übermenschliche Reaktionsgeschwindigkeiten haben. Und das war leider nicht meins. Ich weiß jetzt nicht, wie Sigma dann gewesen ist, weil ich da aus der Reihe schon ... Sigma macht es halt zugänglicher. Also vielleicht wäre das dann wiederum, was für viele Ninja Gaiden Hardcore-Fans eine schlechte Nachricht ist, ist für dich dann vielleicht schon fast wieder eine gute, weil die Sigma-Spiele halt das ein bisschen runtergeschraubt haben, zumindest meines Wissens nach, sodass man da ganz gut mit klarkommt, auch als Einsteiger. Und die Spiele zwar immer noch sehr viel von dir verlangen, weil du halt gegen sehr viele Gegner auf einmal kämpfst und viel auf Blocken und sowas achten musst. Aber vielleicht ist das halt dann doch eine smarte Entscheidung, in dem Sinne, dass Team Ninja dadurch mehr Leute zu Ninja Gaiden reinholen, weil die Einstiegshürde niedriger ist. Trotzdem wäre es natürlich schön, einfach die Option zu bieten, zu sagen, okay, spiel Sigma oder spielst du die Original-Version? Ja. Naja. Und damit kommen wir dann langsam zum Finale dieser Nintendo Direct. Zum einen war A.G. Aonuma zu sehen, der Zelda-Produzent, der uns gesagt hat, dass wir noch nichts zu Breath of the Wild 2 erfahren, sondern dazu erst später im Jahr was kommen soll, aber noch in diesem Jahr. Und ich gehe tatsächlich auch stark davon aus, dass wir Breath of the Wild 2, naja, möglicherweise nicht sehen werden in diesem Jahr. Also, dass es nicht rauskommt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Weil dann, ich würde ... Bitte? Also, ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem Corona-Ding. Sonst wäre es wahrscheinlich sogar schon erschienen. Aber, ähm, also hören wird man ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten auf jeden Fall was. Ich fand's irgendwie interessant. Das ist auf jeden Fall, ja. Wie so ein kollektives, durch die Leute, wie auch durch euer Team, wo alle so, oh, ne. Oh, no. Dafür sind wir doch hier. Ja, fand ich gar nicht. Also, es gibt ja so einige Spiele mittlerweile. Also, Metroid Prime gehört ja dazu. Ja, stimmt. Wo Leute sagen, also, und das jetzt bitte, jetzt bitte, äh, so. Und, ähm, was dann kam, ich hab mich tatsächlich doch trotzdem drüber gefreut. Aber auch da waren ja die Leute, ne, ich, äh, mit Zelda wurde dann ja angekündigt, aber leider nicht das, was die Leute sehen wollten. Genau, nämlich Skyward Sword HD, das letzte Spiel für die Wii, das letzte Zelda-Spiel für die Wii und das letzte Spiel vor Breath of the Wild, das auch viele, was ja Aonuma nochmal betont hat, viele Elemente eingeführt hat, die Breath of the Wild dann wirklich, ja, ich weiß nicht, ob man perfektioniert sagen würde, aber zumindest sehr viel besser ins Spiel integriert hat, als es bei Skyward Sword noch der Fall war. Sowas wie ein Ausdauer- und Rennoptionen und so ein Kram. Sie sagen, dass sie die Steuerung anpassen. Zum einen wirst du das Spiel steuern können über die Joy-Cons, wo dann ein Joy-Con das Schild ist und, äh, der Schild ist und ein Joy-Con das Schwert. Und damit wird halt die Wii-Steuerung emuliert, weil das war das große Ding bei Skyward Sword, dass wirklich eins zu eins über Wii Motion Plus deine, äh, Wii Mode getrackt wird. Und damit haben sie auch viel im Spiel gemacht. Also die Richtung, aus der du die Gegner angreifst, war super relevant. Und andererseits bieten sie aber auch eine Steuerung an für Controller, damit das zum Beispiel auch für Leute, die nur einen Nintendo Switch Lite haben, spielbar ist, wo dann diese Bewegung des Schwerts auf den rechten Analog-Stick gemappt werden. Also wenn du dann den nach links bewegst, äh, schlägt Link horizontal von rechts nach links. Und das klingt grauenhaft. Also da muss ich wirklich sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh Gott. Kannst du dir das nicht vorstellen? Also ja, ich, ich, ich glaube, es gab sogar sowas schon. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, aber es klingt, äh, super unintuitiv. Und also zumindest nach einer Sache, die ich so gerade mir, also wenn ich es mir gerade vorstelle, auch gar nicht richtig visualisieren kann. Weil diese Schwertbewegungen, da geht es ja dann viel darum, auch von oben nach unten oder auch von links nach rechts schlagen zu können. Und das stelle ich mir nach einem, äh, das wirkt so wie so ein Gefummel mit dem rechten Analog-Stick. Äh, das klingt irgendwie gar nicht geil. Das erinnert mich an alte Zeiten, wo ich mit einem Joystick da gesessen habe auf dem Amiga oder dem C64 und, äh, Karateka spielen wollte und da auch irgendwie einfach nur gewackelt habe, bis das Ding dann fast abgebrochen ist. Ich weiß es nicht. Also es ist ja vor allen Dingen auch so, dass du, du siehst es ja auch im Trailer, ne, du, du visierst ja da auch wirklich punktgenau so Punkte an, wo du dann mit so einem Greifhaken dran durch die Gegend, äh, fliegst und so. Und puh, also mit der Joy-Cons, äh, Steuerung sicherlich, äh, ein echter Knaller. Nur mit der Switch weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch, ich hab jetzt auch mehrfach gelesen, dass Skyward Sword gilt ja als eins der schwächeren Titel oder Zeldas, ähm, und nicht nur der Steuerung wegen. Du hast es, glaub ich, damals bei, für Giga getestet noch, als wir da waren, gleich weiter, ne? Genau. Wie fandest du das? Also, das, ich, ich mochte Skyward Sword, aber ich würde zustimmen, dass es einer der schwächeren Titel ist, weil, äh, Skyward Sword so ein Spiel ist, bei dem die Dungeons hervorragend sind und alles drumherum leider so ein bisschen bla und ein bisschen zäh vor allem. Also es ist ein sehr, ein Spiel, durch das man sich so ein bisschen durchkämpfen muss. Es hat einen sehr langsamen Einstieg. Es hat so Elemente wie, ähm, Fee, diesen Begleitergeist oder Fee, ich weiß jetzt, ich verwechsel immer, wie man das, wie man sie ausspricht, äh, diesen Begleitergeist, die dir immer wieder alles dreimal erklärt. Und wenn du das Spiel ausmachst und wieder anmachst, erklärt dir das Spiel noch mal, was eigentlich Rubine sind, wenn du sie findest. Und du denkst dir so, warum? Geil. Äh, dass man, also solche Sachen werden hoffentlich auch angepasst in dieser Version. Das wissen wir einfach noch nicht. Aber bei der Steuerung, also, ich würde nicht sagen, dass das das große Problem ist von Skyward Sword. Also, dass man das über Motion Controls gespielt hat. Weil man merkte, dass es sehr darauf ausgelegt war. Die Geschwindigkeit der Kämpfe war, äh, nicht so hoch. Damit du eben Zeit hast, wirklich anzuvisieren und genau zu überlegen, okay, von welcher Richtung greife ich jetzt an. Deswegen glaube ich, kann das auch funktionieren mit dem rechten Analogstick, weil du dir die Zeit nehmen kannst, zu zielen. Äh, mich erinnert es ein bisschen an Metal Gear Rising, wo du das auch schon ein bisschen machen konntest in diesen Zeitlupen-Momenten. Stimmt, genau, genau, da war das. Da hast du auch so punktgenau geschnitten. Und deswegen glaube ich, dass das durchaus funktionieren kann. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich dann mehr mag, ob ich dann doch wieder zu Motion Controls tendiere, weil ich da auch nicht ganz sicher bin, ob die Joy-Cons genauso präzise sind wie eine Wii Motion Plus. Das weiß ich gerade einfach nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich diese Alternative spielen wird. Und sie verbessern ja die Optik in dem Sinne, dass sie alles in HD hochrendern und dass es in 60 Frames die Sekunde läuft. Was nice ist. Aber der Stil von Skyward Sword ist sowieso schon ein bisschen umstritten. Also das hat ja diesen Wasserfarben-Stil. Alles ist so ein bisschen blasser. Und die Charakterdesigns sind auch so ein bisschen eigenartig. Also Link sieht vor allem sehr komisch aus in dem Spiel. Und da haben sie wenig gemacht. Also die Screenshots und Videos, die wir jetzt haben von dem Spiel, da sieht man, dass die dann nicht noch mal groß an die Texturen oder so rangegangen sind. Und das ist halt bedauerlich, wenn du dann gleichzeitig siehst, dass es eine Fan-Mod gibt, schon seit einer Weile, die die HD-Texturen reingebracht hat. Also die wirklich rangegangen sind an die ganzen Texturen. Und du denkst dir so, ja, das sieht halt besser aus, als das, was mir Nintendo hier für übrigens 60 Euro verkaufen will. Also das ist ja ein Vollpreisspiel. Und wir wissen noch nichts von zusätzlichen Inhalten oder so. Und das finde ich immer super ärgerlich. Weil bei 3D World zuletzt hatten wir jetzt das Ding, Bowser's Fury war dabei. Ein quasi komplett eigenes Spiel. Für das kann man den Preis sehr gut rechtfertigen. Aber bei Skyward Sword einfach noch mal zu sagen, ja, hier bitte Vollpreis, während man sich das für einen Zwanni auf der Wii kaufen kann. Das ist ein bisschen krass. Das ist halt auch typisch Nintendo. Aber trotzdem kritisierenswert. Ich finde die Presspolitik von Nintendo da auch ziemlich affig. Weil ich bin auch nicht bereit, 60 Euro für ein Spiel zu spielen, von dem man weiß, dass es jetzt nicht das allerbeste Zelda ist, von dem man merkt, dass es nicht besonders gut aufbereitet ist. Und also ich persönlich hätte tatsächlich sowieso mir lieber gewünscht, wenn ein Wind Waker oder aber auch ein Twilight Princess, das habe ich auch nie gespielt, so könnte ich solche Titel ja nachholen. Ich meine, Zelda wird, glaube ich, dieses Jahr, was, 35 Jahre alt? 35, ja. Es wäre so schön gewesen, wenn, wir kommen ja gleich nachher noch zu einem, zu dem Diablo 2 Resurrected, wo man jetzt auch sagt, okay, der alter Klassiker wird wieder in schöner Grafik. Wenn sie das allererste Legend of Zelda von 86 irgendwie, wie zuletzt A Link Between Worlds oder so. Oder die Monster Boy-Spiele. Ja, zum Beispiel sowas. Also so richtig schön nochmal neu aufbereiten, muss jetzt natürlich keine HD-Grafik sein. Sowas hätte ich mir gewünscht zum 35. Gebotstag. Stattdessen bekomme ich einen der schwächeren Titel von 2011 für einen Vollpreis, von dem, wie du sagst, man noch nicht weiß, ob es irgendwas Neues dazu gibt. Das finde ich weak. Also das ist halt leider für mich keine 60 Euro wert. Und das wird, diesen Preis gibt es ja dann auch ewig. Da kann es ja auch nicht auf Sales warten oder so. Es wird halt einfach bis ans Ende aller Tage 60 Euro kosten. Und nee, das ist mir dann so ein Titel nicht wert. Und das ist mir ehrlich gesagt auch, das finde ich schade für so ein großes, für so ein Jahrgang. Also wenn man sagt, das Ding wird 35 Jahre und wir feiern das, dann feiert es bitte richtig. Aber wahrscheinlich kriegen wir dann noch das Zelda-Kostüm in Animal Crossing als nächstes. Und dann ist das ... Erst mal die Mario-Kostüm. Genau, ja. Ja, es ist ... Es ist wirklich schade. Es ist halt ... Also übrigens laut Insider-Quellen, also da gibt's wohl schon Leute, die da mehr wissen, sollen Wind Waker und Twilight Princess auf jeden Fall auch noch auf der Switch erscheinen. Aber es kommt halt erst mal Skyward Sword. Aber von den anderen beiden Spielen gibt's ja schon HD-Version. Ach so. Und da haben sie ja auch zum Beispiel an der Optik noch mal richtig was gemacht. Also bei Twilight Princess sind sie an die Texturen rangegangen. Und hier scheinbar nicht ... Also vielleicht haben sie auch noch mehr gemacht, von dem wir nicht wissen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil warum hätten sie es uns dann nicht jetzt schon gesagt? Ich finde halt, Skyward Sword sieht an manchen Stellen trotzdem gut aus. Also es hat an manchen ... Wenn ich mir irgendwie so ein Vogelperspektive-Shot vom Dorf angucke, dann ist das schon schön. Und dann will ich das auch noch mal erkunden. Aber trotzdem bleibt da noch so viel Potenzial, was sie liegen lassen. Und ich würde sagen, es ist geschenkt, dass die da jetzt nicht weiter rangehen, wenn's jetzt 30 Euro kosten würde. Weil dann würd ich sagen, na ja, gut, dann krieg ich halt für die Switch dieses Spiel. Und es hat die neue Steuerung und HD und 60 Frames die Sekunde. Das ist mir das dann schon wert. Aber 60 Euro ist halt schon ein krasser Preis für das, was sie hier machen. Am 16. Juli soll das erscheinen. Und es wird halt das Ding sein, dass sich es trotzdem verkauft. Wie blöd. Weil das tun all diese Spiele. Sonst würde es Nintendo ja nicht machen. Und das ... Die Kritik sollte man trotzdem, denke ich, immer bringen. Und das ist auch wichtig. Aber ich bezweifle, dass sich was an dieser Preispolitik ändern wird. Gut. Wir haben jetzt gar nicht über das wichtigste Spiel der Nintendo Direct gesprochen. Mitopia kommt ja auch zurück. Ja, ich hab ein paar Sachen bewusst ausgelassen. Aber ich wusste nicht, dass du so ein großer Mitopia-Fan bist. David, erzähl mir bitte davon. Nee, bin ich tatsächlich nicht. Da hab ich wirklich auch mit den Ohren geschlagen. Was ist das denn? Ja, ja. Oder Knockout City oder so. Da hab ich mal auch frecherweise ausgelassen. Weil da so ein paar Spiele dabei sind, über die wir jetzt nicht noch mal reden müssen. Aber eins auf jeden Fall noch. Nämlich Splatoon 3. Das Finale war dieser Nintendo Direct. Die letzte Ankündigung. Mit einem, wie ich finde, an sich sehr schönen Trailer. Im Nachhinein aber sehr verwirrenden Trailer. Ja, das muss man sich auch mal geben, dass mittlerweile nicht Zelda so eine Nintendo Direct beendet. Es ist ja immer dieses One More Thing ganz am Ende. Sondern Splatoon 3. Weil diese Marke wahrscheinlich mittlerweile einfach viel größer ist. Also ich glaube, ein neues Premium-Zelda würde sich immer besser verkaufen als ein Splatoon. Wobei, das könnte ich, glaube ich, gar nicht mal sagen, wie hoch die Zahlen ... Ich hab die Zahlen da auch nicht. Und das Ding ist, Splatoon ist in Japan der Mega-Hit. Ja, überall. Also in Japan ist die Wahrnehmung ... Ja, ja, aber in Japan ist die Wahrnehmung trotzdem noch mal eine andere. Bei uns ist das auch ein gut verkauftes Spiel und ein beliebtes Spiel. Aber in Japan geht's halt noch mal krasser ab. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich hab den Film nicht mal geguckt, weil mich Splatoon ... Es gibt wenige Spiele, die mich so wenig interessieren wie Splatoon. Ja, ich mag die Reihe eigentlich super gern. Und war bei Splatoon 2 jetzt nicht noch mal so krass dabei wie beim ersten Teil. Aber hab den trotzdem gern gespielt. Und der hat ja auch die Singleplayer-Komponente ein bisschen erweitert. Aber seit Splatoon 1 eigentlich schon bin ich so ... So ein Fan von dieser Welt und den Figuren und dieser ganzen Ästhetik und Musik, die sie da aufgebaut haben, dass ich diese gerne mal weiter erkunden wollen würde. Und Splatoon 3, der Trailer, startet halt so, dass es für mich so wirkte wie ... Oh, guck mal, wir machen hier eine Kampagne und eine Welt und da kannst Sachen erkunden. Und dann geht's aber trotzdem einfach nur in Multiplayer-Matches. Und das ist ein bisschen gemeint, weil Splatoon ist ja ein Multiplayer-Spiel. Natürlich gehen sie in Multiplayer-Matches. Und das wird der Fokus dieses Spiels. Und es wird sicherlich auch eine Singleplayer-Komponente geben. Aber ich frage mich, wie groß diese Singleplayer-Komponente wird. Weil zum Beispiel die Bossgegner, die sie in den Vorgängern designt haben, die sind halt wirklich super, super toll. Und die eingewoben zu haben in einer echten Welt, wäre schon ziemlich cool. Und ich glaube, das ist eher eine Frage der Zeit. Wirklich eher eine Frage des Wann als weniger des Ob, wann wir das sehen werden. Aber hier war ich dann am Ende halt so ein bisschen verwirrt, weil ich so Splatoon 3 gesehen hab und dann die Multiplayer-Sachen. Und dann kommt's halt so ein so vor wie ... Ja gut, hätte man da nicht Splatoon 2 einfach updaten können. Aber da wissen wir halt noch zu wenig drüber. Wir wissen ja noch nicht, was alles neu sein wird an Splatoon 3. Was wir halt sehen, und was ich eine sehr witzige Spekulation finde, die die Leute gerade tätigen, ist die Grafik des Spiels. Wo manche Leute, hab ich jetzt schon öfter gelesen, auf Twitter gesagt haben, das sieht eigentlich ein bisschen zu gut aus. Also das ist sehr ... Wirkt wie sehr hohe Auflösung, wirkt wie sehr scharf, also sehr hohe Kantenglättung. Und die Leute vermuten gerade, dass das so ein Switch-Pro-Spiel ist. Also dass wir quasi Switch-Pro-Footage potenziell schon gesehen haben. Was ich sehr lustig fände. Ja gut, wenn du dann so einen System-Seller quasi dazu bundelst, dann macht das Sinn. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir ... Bei solchen Sachen weiß ich immer nicht. Wenn du so einen Riesenerfolgsgaranten hast, dann kann man sagen, okay, das verkauft unser System vielleicht, aber wenn es das nicht tut, dann minimiert es natürlich sehr stark auch die ... Oder zumindest schränkt es den Verkaufserfolg sehr stark ein. Deswegen in so einer ... Ich versuche mich immer in die Corporate-Etage hinein zu versetzen, die dann die Entscheidung treffen muss. Und ich glaube, es wird immer eher gegen das Risiko gestimmt. Deswegen kann ich mir sowas nicht vorstellen. Es ist witzig, weil Splatoon war mal ein Risiko. Also als das angekündigt wurde, war ja jeder so, hä, was ist das denn? Und als wir es dann gespielt haben, war es so, holy shit, das ist voll die ... Das ist nicht einfach nur so ein Aufspringen auf den Trend, sondern wirklich so was sehr Eigenes. Macht Spaß, ja. Genau. Ich habe selber auch schon gespielt und muss sagen so, obwohl ich es nicht weiterspielen würde, für die Sekunden, die ich gespielt habe, fand ich es wirklich lustig. Was für den großen Snoop, David. Das klingt komisch, ich weiß nicht. Naja, das Ding ist, ich bin kein Multiplayer-Spieler und ich mag auch eigentlich so kompetitives Zeug nicht. Deswegen, sobald eine Person mehr involviert ist, als ich selbst, bei meinem Spielprozess bin ich gut aus. Keine Lust mehr. Verstehe. Ja, gedulden müssen wir uns sowieso noch ein bisschen. 2022 soll Splatoon 3 erst erscheinen. Und das war es dann mit der Direct, zumindest bei uns. Was ich sehr witzig fand, es ist dann, habe ich auch über Twitter mitbekommen, noch ein ... Metallica ist noch aufgetreten. Bei Nintendo. Aber sie waren nicht zu hören, weil 8-Bit-Musik zu hören war. Ja, das ist sehr lustig. Das müssen wir nachher eigentlich noch mal ansprechen. Sie haben auf der japanischen Direct ein Spiel gezeigt zur Manga- und Anime-Serie Crayon Shin-Chan. Und Shin-Chan gab es ja auch mal bei uns. Also da wurden mal einige Episoden in Deutschland veröffentlicht und lokalisiert. Und die habe ich damals richtig, richtig gern geguckt. Das ist eine richtig sympathische Anime-Serie gewesen, die auch genau meinen Humor getroffen hat. Und dieses Spiel, was sie da gezeigt haben auf der japanischen Direct, sieht super schön aus. Wirklich so Nino-Kuni-artige Hintergründe, wo du so durchs Dorf gehst und wo du Shin-Chan dann siehst, wie er angelt oder so. Okay, das muss ich gerade googeln. Wie heißt das? Genau. Einfach such mal nach Shin-Chan und Switch. Shin-Chan und Switch. Dann sollte man das relativ schnell finden. Und das sieht richtig schön und idyllisch und cozy aus. Und nach einem Spiel, was ich super gerne spielen würde, und ich mag ja auch die Franchise, auf der es basiert. Und es ist ... Diese Serie. Genau, es ist eine Serie. Und es wurde dann so oft auch retweetet, dass selbst der Game Director, der japanische, Kaz Ayabe, gefragt wurde, ey, kommt das Spiel auch nach in den Westen? Und er dann wirklich gesagt hat, er tut sein Bestes, damit es auch in Europa erscheint. Und ich fände es halt super, wenn diese Welle aus Interesse auf Social Media dafür sorgen würde, dass wir dieses Shin-Chan-Spiel auch bei uns bekommen. Weil schaut euch das mal an. Sucht mal wirklich nach Shin-Chan und Nintendo Switch. Dann müsstet ihr dieses Spiel finden. Es sieht wirklich superherzig aus. Ich gucke gerade rein. Ja, ich sehe das. Ich muss sagen, ich habe die Serie gehasst. Ich fand das wirklich unerträglich. Es hat ein sehr eigener Stil, ne? Ja. Das lief auf RTE 2 immer, ne? Ja, ja, ja. Schrecklich so. Aber das Spiel hier sehe ich gerade, sieht wirklich genauso, wie du sagst, wie Nino Kuni 2 so ein bisschen. Oder Attack of the Friday Monsters, falls das noch jemand vom 3DS kennt. Okay, das ist wieder typisch Thomas Goik. Das kennt wieder keiner außer dir. Doch, Robin. Ja, das stimmt. Deswegen höre ich euch beide auch euren Podcast. Ah, schön. Gut, das soll es gewesen sein zu Nintendo und zur Direct. Und wir kommen von einem Event direkt zum nächsten, nämlich zur BlizzConline 2021 vom 19. Februar. auf der diverse Dinge angekündigt wurden. Das ist ja eine BlizzCon, die eigentlich im letzten Jahr stattfinden sollte, dann wegen Covid ja eigentlich gecancelt wurde, weil ja gesagt wurde, nee, wir machen jetzt nicht unser physisches Event hier in Anaheim, sondern machen ein Streaming Online-Ding draus und das dann auch erst 2021. Und das war jetzt diese BlizzCon 9. Und bevor wir zu irgendwelchen Spielen kommen, ich weiß nicht, wie viel du dir davon angeguckt hast. Alles. Alles? Okay. Ja, ich habe mit euch ja den, ich habe mit euch den Stream quasi, ich habe, ich war in eurem Livestream drin, war sogar im Chat vertreten und war einer von vielen, die da saßen und dachten, oh Gott, was ist das denn? Weil es ist gerade, weil wir ja über die Nintendo Switch gesprochen haben, die ja wirklich durchrüdelt durch die Themen, ne? Also, es kommt Spiel auf Spiel auf Spiel. Tempo, die haben Tempo. Genau, und selbst wenn du mal so ein Spiel hast wie Smash Brothers, wo es halt darum geht, zwei Charaktere anzukündigen, hier ist es so eine ganz komische Mischung aus Ultra-Cringe zwischen den Spiele-Ankündigungen gewesen, weil dann da jemand steht und sagt, Spieler. Also die erste Montage war ja schon geil, so, wir Spieler und mein Leben ist durch Spielen besser geworden und eigentlich ist es was Positives, die Message ist ja richtig, und es ist gerade in einem Jahr, wo letztes Jahr so viel Schitzstürmerei passiert ist und Blizzard hat ja da vieles auch von selber abbekommen durch Warcraft 3 Reforged. Also, ich muss sagen, der Blizzard-Arbeiten macht wahrscheinlich auch viel schlechte Laune und da ist so, da wirkte aber dieses Intro fast wie, nee, wir machen da jetzt einfach einen positiven Gegenentwurf dagegen, wir lassen uns das jetzt gar nicht hier anmerken, dass wir von Gamern eigentlich die Schnauze voll haben und das fand ich, das fand ich erst mal weird und dann stand J. Allen Bragg da und fing erst, hat so, als hätte er eine Ladung Glückskekse bekommen, auf denen nur lauter, blödsinnige Sprüche standen, die er alle erst einmal aufsagen musste und dann kamen die Spiele ankündigen und da kommen wir jetzt gleich dazu und die wirkten alle wie die Smash Bros. Präsentation von vor zwei Jahren, wo jeder Charakter einzeln vorgestellt wurde und du dann auch noch die Tastenkombinationen gelernt hast, schrecklich, das war eine wirklich ganz furchtbare BlizzCon Online für mich. Genau, also ich finde auch das Event, diese Eröffnungsteremonie, die war super zäh, so viele leere Worte in so viel Zeit, das habe ich selten erlebt und ich würde dir zustimmen, die Kernmessage, die sie rüberbringen wollen, da ist bestimmt irgendwo auch so ein bisschen was, was Wahres und Ehrliches dahinter, aber sie tragen so dick auf, so dick und so unironisch und ohne Augenzwinkern, dass man halt nicht anders kann, als zu sagen, okay, bitte, bitte seid doch einfach ruhig und zeigt eure Spiele und wir hätten das, wir wären, in zehn Minuten wären wir fertig geworden, wenn ihr uns nicht sagen wolltet, wie großartig Blizzard ist und wie toll und schön Gamer sind und einer meiner Lieblingskommentare unter unserem Reactions-Video, unter unserer Stream-Aufzeichnung ist von Clint Schieser, weil er hat einfach nur geschrieben, ich finde es super, dass Blizzard keine Spiele mehr herstellt, sondern den Weltfrieden, weil exakt so wirkt diese Discon-Line, es ist so dick aufgetragen. Es war leider, es war, also man muss auch dazu sagen, diese, sie haben es natürlich jetzt auch nicht so einfach gehabt, du entscheidest dich dazu, vor der Kamera eine Aufzeichnung zu machen und da merkst du dann erst mal, was für ein, ja, ich will gar nicht sagen, wenn ich Affenzirkus sage, dann wertet das so eine Convention herab, aber du bist halt nicht die E3-Präsentation, die halt klar durchstrukturiert sind, sondern du bist halt eine Fan-Convention und da geht es halt viel darum, dass du sowas sagst, so wie, hey, ich bin Lions und alle sagen, oh, oder nein, ich bin Horde und alle wieder, oh, und, das haben sie wieder versucht zu rekreieren, das funktioniert nicht, gleich das erste, was gewesen ist, war, dass J. Allen Brack gesagt hat, ich bin eine Horde oder halt Alliance und dann stand das da mit so einer kleinen Pause und diese Pause braucht es halt nicht und dadurch hätte man, also ich fand, ich glaube, weil Kotaku war das, Kotaku hatte auch geschrieben, das hätte man sich tatsächlich sogar schenken müssen, da war das der beste Kommentar in dem Artikel von Kotaku war, da hätte auch eine E-Mail gereicht. so ein bisschen. Die Spieleankündigungen waren nicht wirklich spektakulär beziehungsweise die Infos zu den einzelnen Titeln, weil so das große Ding hat gefehlt und was dazwischen war, hat fast mehr Zeit verbraucht und besonders weird fand ich so Situationen, wenn es gab dann Spieleszenen, ich glaube, bei Diablo war das der Fall, Entschuldigung, bei Diablo war das der Fall, wo dann der Trailer lief, dann ging es wieder in das Studio hinein und dann sagt der Entwickler so, wow, das war aber spannend. Da dachte ich so, wie mechanisch, wie roboterhaft kann man eigentlich sowas, weil dann lass das weg, dann sagt das nicht, dass das total toll war, weil das möchte ich schon noch selber entscheiden können, ob ich das toll fand, weil ich finde das eh immer schwierig, wenn Leute einem das so in den Mund legen wollen, das ist halt so typisches Werbeblabla, aber es funktioniert noch weniger, wenn da gar keine Reaction gewesen ist von Leuten, sondern du halt sagen musst, wow, war das spannend, oder? Und dann sagt keiner was. Das ist so wie die BlizzCon vor zwei Jahren, wo dann sagt so, und Leute, was sagt ihr? Diablo Immortal auf dem Handy? Und dann so zirp. Genau. Ja, es ist wirklich so komisch, sie haben das immer noch so geschrieben und gemacht, als wäre ein Publikum da live, aber war es halt nicht und das merkt man sehr. Ich finde halt, also ich hatte eine angepasste Erwartungshaltung, deswegen war ich jetzt nicht enttäuscht von dieser BlizzCon-Line, ich bin sogar im Gegenteil ein bisschen positiv überrascht von dem, was ich gesehen habe und wie sehr es mir dann doch am Ende gefallen hat. Wir haben angefangen mit der Blizzard Arcade Collection, die für 20 Euro bereits veröffentlicht wurde, auf so ziemlich allen Plattformen und auf PC hat man sie auch bekommen, wenn man dieses BlizzCon-Paket da gekauft hat und in dieser Collection sind die wirklich sehr alten Blizzard-Spiele Blackthorn, The Lost Vikings und Rock'n'Roll Racing und auch angepasst mit diversen Komfortfunktionen und Rückspulen und hast nicht gesehen, was ich schön finde. Also ich, da bin ich eigentlich ein Freund von, dass sie sagen, okay, wir tun jetzt hier was für diese Spielererhaltung und holen auch unsere fast schon vergessenen Klassiker zurück, weil über Warcraft und Diablo redet ja jeder, aber über Blackthorn redet kaum noch jemand. Ja, also Blackthorn ist tatsächlich das Spiel, für das ich mir am ehesten das holen würde, wobei ich ehrlich gesagt bei dem am wenigsten weiß, wie gut das noch funktioniert. Es war ja damals, glaube ich, so ein relativ deutlicher Klon von Another World oder gerade Flashback war da ja ein großes, großes Vorbild. Genau, geht so in die Richtung. Genau, ich fand den Charakter immer spannend und deswegen würde ich da gerne reingucken. Ich bin trotzdem keiner, der jetzt aufjubelt bei solchen Arcade-Collections üblicherweise, weil ich das jetzt zu häufig hatte, dass, also jetzt gerade ist ja auch die Capcom-Collection so quasi geshadow-dropped. Genau, die Arcade-Collection. Die Arcade-Collection und da sieht man dann auch wieder, okay, du zahlst zum Teil recht viel Geld für einen dieser Klassiker, aber ich glaube, in dem Fall sind es so sieben Euro für ein Spiel, was man einfach nicht mehr richtig spielen kann, was wirklich für die Nostalgie noch funktioniert. Lost Vikings funktioniert aber noch, Rock'n'Roll Racing funktioniert auch. Ich bin aber trotzdem enttäuscht, warum man dann nicht sagt, ey, wir machen eine Klassiker-Collection und da sind dann zum Beispiel auch so Sachen drin wie The Death and Return of Superman, das die auch gemacht haben. Das ist so ein, ich glaube, so ein Brawler gewesen. Das kann ich mir höchstens erklären damit, dass sie vielleicht keine Lizenz mehr dafür haben. Genau, ich wollte auch gerade sagen, das wird wahrscheinlich eher an Lizenzen scheitern, als weniger am Willen von Blizzard. Genau, und dann wäre aber noch die Frage, warum, ne, es gibt ja, Lost Vikings gab es glaube ich mindestens eine Fortsetzung und ich glaube auch Rock'n'Roll Racing hatte eine Fortsetzung. Warum das wieder nicht? Also warum dann nicht alles bringen? Es gab eine, oh stimmt, ja, es gibt ja Lost Vikings 2. Das habe ich komplett vergessen, Dave. Es gibt Lost Vikings 2. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch, äh, einen, gab es nicht auch noch einen Versuch in, äh, in 3D? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Von Lost Vikings? Also wenn, dann weiß ich nichts davon. Also zumindest nichts Releasedes. Ja, nee, dann vielleicht, vielleicht irre ich mich jetzt hier in dem Fall auch. so manchmal, äh, bringe ich das durcheinander, aber, ähm, also Rock'n'Roll Racing hatte glaube ich auch noch einen zweiten Teil, wenn ich mich recht entsinne, aber das, auch dabei bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es gab auf jeden Fall, ja, äh, Rock'n'Roll Racing, ich sehe es hier gerade, Red Asphalt hieß das. Halt nicht mehr von Blizzard, halt so wie es aussieht. Äh, ja, also da, da, sie haben es glaube ich noch, ähm, gepublished, so wäre eine, wäre eine Option gewesen zu sagen, also weil, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, es gibt ja einige Collections, wie zum Beispiel die Turrican Collection oder, ähm, sehr ähnlich hat das auch gemacht, die, ähm, äh, sorry, die Contra Collection zum Beispiel, die auch gesagt haben, wir legen jetzt hier noch die Gameboy-Fassung bei, weil diese Spiele sich dann auch noch unterschiedlich gespielt haben auf den Plattformen und, also, so drei Spiele reinzuhauen für, okay, ich glaube, sie kostet 20 Euro, das geht vom Preis her, aber dann auch irgendwie nicht, also weil drei so alte Spiele für 20 Euro, finde ich too much, so, und ich, ich persönlich kann mich da weniger drüber freuen mittlerweile, als weil solche Sachen zu üblich geworden sind, also von allen Publishern bekommst du solche Arcade-Dinger um die Ohren geworfen, und ich finde die Preise da häufig unverschämt gemessen an dem Paket, was du bekommst, denn wenn ich mir dann, also auch die Turrican Collection, da haben wir ja noch gar nicht hier drüber gesprochen, glaube ich, nur damals bei der Ankündigung, ist viel zu teuer für das, was du geboten bekommst, aber da haben sie zumindest gesagt, okay, wir hauen da jetzt halt auch alle Turrican-Episoden, die es jemals auf allen möglichen Konsolen gab. Also, ich bin hier jetzt von der Blizzard Arcade-Collection tatsächlich nicht enttäuscht, ich finde das, was sie da gezeigt haben, ohne dass ich es bisher selbst ausprobiert habe, was ich machen sollte, um ein finales Urteil dann zu fällen, aber dass sie die drei Spiele reinhauen, dass sie die erwarteten Komfortfunktionen reinhauen, aber auch so Sachen wie so ein Museumsfeature mit Behind-the-Scenes-Dokumentationen über die Spiele mit reinbauen, wovon ich immer ein Fan bin, das erinnert mich dann so ein bisschen an diese Mega-Man-Collections, das finde ich durchaus in Ordnung und 20 Euro ist auch noch in der Preisregion, wo ich sage, das wäre mir das auch wert, wenn es denn gut funktioniert und wenn es gut präsentiert ist. Sicherlich hätte man noch mehr machen können, also da würde ich gar nicht groß widersprechen, aber ich hätte gar nicht erwartet, dass sie überhaupt diese alten Spiele noch mal groß zurückbringen, weißt du? Ja. Gut, wir können ja mal ... Ich wollte sagen, wir machen weiter. Es ist ein Liebhaber. Genau, ja. Genau. Wir können ja mal weitermachen. Ich weiß gar nicht über World of Warcraft, da bist du gerade nicht so drin bei Shadowlands, oder? Nee, ich habe aufgehört mit dem Ende von der letzten Expansion, weil ich ehrlich gesagt, ich fand die Richtung, in die es ging, sehr spannend, also schon mit Legion. Dann dieses Thema mit Allianz gegen Horde. Ich erinnere mich, dass ich, als ich vor drei Jahren bei euch war und über den BlizzCon gesprochen habe, war ich super enttäuscht, dass sie diesen ... Ja, dass sie wieder quasi sich einmal um 360 Grad gedreht haben und wieder am Anfang angekommen sind. Dann war es ja so, dass es in der Expansion jetzt eigentlich gar nicht so wirklich um das Thema zu großen Teilen ging, sondern dann plötzlich dann Aschara und die alten Götter doch wieder drin vorkamen. Was ich tatsächlich immer spannender finde, diese großen Bats, diese weltumspannenden globalen Katastrophen, wo man ja auch merkt, sie haben spürbar Probleme, sich immer neue Katastrophen auszudenken. Und da finde ich diesen neuen Ansatz jetzt mit den Shadowlands, das ist nicht mehr meins. Und ich merke auch jetzt bei der neuen Expansion, also bei dem neuen Patch, Chains of Domination, den sie jetzt angekündigt haben, dieser Jailer, also allein wie er heißt und wie er aussieht, Generic Orc-Model 28, das geht gar nicht klar. Also das ist überhaupt nicht mehr meins. Ist das ein Orc? Ist das nicht einfach so ein Dude? Ja, aber es sieht so aus wie so ... Er erinnert mich sehr stark an ... Hast du die Hobbit-Filme gesehen? Da gibt es doch diesen weißen Anführer. Ach so, ich weiß, wen du meinst. Exakt, exakt so sieht der aus. Nur ein bisschen mehr Rüstung. Genau, mit blauen Augen, die leuchten. Und der steht dann im Hintergrund und sagt so, ich war von Anfang an derjenige, der die Pläne hatte. Und da nehme ich den Titel Silvanas, von der niemand weiß. Also es gibt ja keine Charakter-Progression. Also die Charaktere sind ja alle so geschrieben, dass jederzeit jeder gut oder böse sein kann. Das ist ein bisschen wie so ... Das ist wie Wrestling gucken. Der Undertaker kommt rein und du weißt nicht, ist er heute gut, ist er böse? Und dann turnt er zum Heel, indem er dann jetzt den Ringrichter haut. Und in der nächsten Folge, dann hilft er dem großen Helden wieder und dann ist er wieder gut. Und alle haben vergessen, dass er in der vorherigen Folge böse war. Und das ist irre. Das ist ein riesiges Theater geworden. Es erschreckt mich ein bisschen, was für ein adäquater Vergleich Wrestling ist für die Story von World of Warcraft. So, und das geht nicht mehr. Also dafür zahle ich nicht mehr monatlich Geld. So, deswegen, ich bin raus. Und wenn die ... Also wirklich so eine Ankündigung, und das ist für mich die größte Farce noch daran, aber da kommen wir später dann noch bei Diablo 2 Resurrected daran, wenn der Trailer von Burning Crusade einfach noch mal gespielt wird, der 2006 das letzte Mal lief, oder ich glaube sogar 2005, wurde das Spiel schon angekündigt. Das ist ja fast 1 zu 1 derselbe Trailer, der als großes Centerpiece in der World of Warcraft-Ecke lief. Da denke ich so, ey, da sind wir mittlerweile angekommen. Die Spieler enablen einen Publisher dazu, zu sagen, wir bringen jetzt für 20 Euro noch mal drei alte Spiele raus, dann ein Spiel wird groß aufgezogen, was es schon mal gab, so und was dann einfach 1 zu 1 noch mal umgesetzt wird, weil die Leute das aktuelle, den aktuellen Stand von World of Warcraft einfach nicht mögen, oder nicht so sehr wie das alte, deswegen bietet man ihnen jetzt beides an. Das ist wahnsinnig bitter, wo wir hingekommen sind. Ich glaube, es kommt dir noch mal bitterer vor, weil halt Blizzard momentan in dem Status sind, in dem sie sind. Wenn jetzt irgendwie Warcraft 3 Reforged richtig reingehauen hätte und abgeliefert hätte und das World of Warcraft dich mehr abgeholt hätte, dann sehe das vielleicht auch schon ein bisschen anders aus. Ich weiß ja, Shadowlands hat ja Robin total abgeholt und ich habe auch das Gefühl, dass es insgesamt eher wieder ein beliebteres Add-on ist von dem, was ich so mitbekommen habe. Ich selbst habe jetzt noch nicht das Ding durchgespielt, muss ich selber auch noch nachholen. Ich bin da mittendrin gerade und das ist schon okay. Ich fand jetzt diesen Chains of Domination, den Trailer, den sie gezeigt haben, zu dem Patch, da bin ich so, ja, also ich merke auch, dass sie durch Zyklen durchgehen in der Story, aber mein Gott, geschenkt, solange die Inszenierung noch halbwegs passt, bin ich trotzdem irgendwo ein bisschen dabei. Burning Crusade ist halt, der Classic-Server läuft ja immer nebenher und ich glaube, Blizzard war ja selbst ein bisschen davon überrascht, wie krass Classic noch mal reingehauen hat, als das veröffentlicht wurde. Das war ja wirklich ein richtig, richtig großes Ding und dementsprechend räumen sie jetzt Burning Crusade auch so viel Zeit noch mal ein und schneiden halt diesen Trailer so ein bisschen um und, äh, verstehe ich irgendwo, warum man das dann macht, weil es ja eine große Community gibt, die sich darüber freut, auch wenn ich mich frage, wie genau dieser Zyklus auf lange Sicht funktionieren wird. Also, wie schnell gehen wir die Add-ons durch? Ja, das stimmt. Bis wir, bis wir, also wo hören wir dann auf und wann fangen wir wieder von vorn an? Das ist so ein bisschen komisch. Ich habe im Stream schon spekuliert, dass es ja irgendwo ein Ende geben muss und, äh, das, da sagten viele Leute, das Add-on, wo sich die Meinungen halt zu stark, äh, auch gesplittet haben, war ja Cataclysm. Cataclysm, ja. Und wahrscheinlich wird's da dann, oder wird das schon gar nicht mehr kommen. Bin mir nicht mehr sicher, ob Cataclysm vor oder nach Mists of Pandaria kam. Davor? Vor? Mhm. Ich weiß es schon nicht mehr. Ja, aber da, das zum Beispiel, glaube ich, also ich denke, Wrath of the Lich King kann man noch erwarten und das ist dann das Letzte. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dieses Spielchen weiterführen. Ja, genau. Also es ist halt so, man kann sich nicht vorstellen, wie irgendwie irgendjemand sagt, und jetzt machen wir wieder Warlords of Draenor und sich irgendjemand darauf freuen würde. Ja, naja, aber es war so auch so, ich, ich habe so mittlerweile das Gefühl manchmal, als, als würden da ganz viele auch, ähm, wie Päons, das ist so, ich hatte das auf Twitter geschrieben, wie Päons, um das mit den Blizzard-Figuren gleich zu beschreiben, weil es war so witzig, unter dem Kotaku-Artikel, den ich gerade genannt hatte, wo der schrieb, okay, hätte man sich auch mit einer E-Mail klemmen können, schrieb dann einer, ja, sorry, aber, ähm, ich bin, äh, hoch zufrieden, es gab genügend neue, neue Spiele-Ankündigungen und dann zählte er auf. Die Blizzard-Collection, also die Arcade-Collection, dann, äh, Burning Crusade und, äh, Diablo 2 Resurrected und ich dachte, nein, du hast gerade drei alte Spiele aufgezählt, die es alle schon gab. Nichts ist neu angekündigt worden auf der BlizzCon, aber das, ähm, und ich denke, er wird nicht der Einzige sein, dass so viele Leute, äh, das gar nicht mehr merken, dass ihnen da uralter Content als neu untergewurschtelt werden soll oder zumindest, dass das dann mit dem Nostalgiefaktor irgendwie verkoppelt wird, das finde ich fast schon, finde ich fast schon dramatisch, aber lass uns vielleicht gleich bei Diablo 2 Resurrected darüber nochmal sprechen. Genau, bei mir kommt es halt auch immer drauf an, wie viel Aufwand und Liebe in diese neuen, neuen, alten Projekte gesteckt wird, äh, dass ich das dann individuell beurteile, aber ich weiß ja, dass du, äh, da generell ein bisschen härter drauf guckst, in den Spiel des Jahres Videos hatten wir das ja auch, wo halt so einige Re-Releases oder Remakes oder sonst irgendwas dabei waren und bei den meisten merkte man dir ja an, dass du dann da eher raus bist, äh, mit Ausnahmen, aber, äh, bei den meisten halt. Ja, lass uns mal, also Hearthstone müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, da wurde fortständig Barons angekündigt, da sind wir beide. Aber das ist für mich ein perfektes Beispiel gewesen, Hearthstone, und das machen sie ja jedes Jahr. Sie haben einfach nur, äh, wieder mal das x-te Add-on, das ist halt auch wirklich, da, da kann man gar nicht mehr, ich komme auch schon nicht mehr mit den Namen hinterher, weil es ja da, äh, es sind zu viele. Und dann fangen sie an, einzelne Karten vorzustellen und ich denke mir, man macht das doch hinterher, es gibt doch diese Highlight-Streams, wo dann nochmal genau dann in-depth in jedes Ding reingegangen wird, da könnt ihr dann doch die Mana-Kosten der Karte XY ganz genau vorstellen. Aber auch das wäre wieder so ein Ding, weißt du, wenn sie Publikum haben, was ja dann sich auskennt und was dann, wo du dann im Hintergrund wenigstens noch so was hörst wie ein Uh, Ah, zu bestimmten Effekten, dann verstehe ich das ja noch, aber hier ist es so ein bisschen, äh, ja, da hast du keine Reaktion drauf, dann kommen wir halt wirklich in dieses Sakurai erklärt uns jeden Move von jedem Smash-Charakter-Territorium, wo das eher so auf ein sehr spezielles Publikum ausgelegt ist. Und da sind wir dann auch einfach nicht die Zielgruppe, weil wir halt nicht in Hearthstone wie wir rütteln jetzt eigentlich gerade so durch, also vielleicht sollte man noch ganz kurz sagen, dass es bei Shadowlands Chains of Domination, es wird ein neues Gebiet innerhalb des Moors geben, ähm, diesem Endgame-Bereich, äh, vielleicht eine der wichtigsten Ankündigungen ist, dass man jetzt auch, äh, die Mounts dann nutzen kann, weil das hatte ich als eine der Hauptkritik von vielen gelesen, dass das Endgame-Gebiet, dass das viel zu groß ist, dass du endlose Wege läufst und dass du halt ständig irgendwelche Gegner addest, das war in den letzten Add-ons schon immer das Problem, dass du halt, dass es viel zu zäh dann, dann irgendwann wurde und selbst wenn du dann Maximallevel hattest und wirklich powerful warst, dann immer noch dann echt ätzend war, durch solche Gebiete zu kommen und das wird jetzt mit dem Patch, äh, zumindest auch geplittert ein bisschen. Genau. Sie haben für den auch noch kein Release genannt, soweit ich weiß, äh, für den nächsten Patch. Äh, bei Burning Crusade wissen wir, dass es noch 2021 kommen soll. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash hooked. Für Amazon haben wir ebenfalls einen empfehlt Link, über den ihr Kram beim Online-Händler bestellen könnt. Also holt euch den Haartrocknerhalter-Föhnhalter- ohne Bohrenhalterung für Haartrockner aus Edelstahl, selbstklebende Föhnhalterung mit selbstklebender Kleber fürs Badezimmer, Schlafzimmer, Balkon, Silber, den ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und eigentlich sollte ich langsam Current-Gen-Konsolen sagen, aber egal. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time23 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18.00 Uhr live. Darüber hinaus streamen wir auch Events und davon gab es diese Woche gleich zwei, wie ihr bei den News bereits gehört habt. Die Aufzeichnung der Streams zu Nintendo Direct und zu BlizzConline mit unseren Reaktionen auf Splatoon 3, Skyward Sword HD und Diablo 2 Resurrected findet ihr auf unserem Hooked YouTube Channel. Exklusiv für 5-Euro-Supporter erschien bei Patreon und Steady zudem eine neue Folge Hooked on Topic über den Film Sonic the Hedgehog, den Robin und ich jetzt endlich mal nachgeholt haben. Im regulären Mittwoch-Stream spielte ich eine Runde Diablo 2 mit meinem Droiden namens Nicolas Cage, während Robin am letzten Freitag das Finale von Hitman 3 abfeierte. Beide Aufzeichnungen findet ihr bei Time23. Dort nähern sich Mats und ich auch langsam dem Ende von Resident Evil 2 Remake. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com ist der Schuppt und Steady.de ist der Schuppt möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Dann lass uns doch mal über Diablo 4 reden. Da haben sie einen Trailer veröffentlicht, in dem die neue Klasse vorgestellt wurde. Der Rogue aus Diablo 1 im Wesentlichen, aber eigentlich dann auch wieder nicht, weil es ist ein Misch aus verschiedenen Klassen. Man sieht so ein bisschen die Amazon da drin, man sieht die Demon Huntress da drin und halt den Rogue von damals. Und das wurde mit so einem Cinematic Trailer angekündigt, der dann in Gameplay übergegangen ist und sie haben dann direkt auch ein bisschen über Gameplay geredet und man hat ein paar Sachen erfahren vom Rogue, zum Beispiel, dass der mit so Elemental Imbus kämpft, also alle seine, alle ihre Skills anpassen kann mit Schatten oder Gift oder sonst irgendwas oder Eis und das hat dann alles auch entsprechende Effekte auf die Gegner und dass sie, sie haben gesagt auch später in Interviews, dass Diablo 4 von der Komplexität zwischen 2 und 3 liegen soll, also dass sie schon so ein bisschen die Zugänglichkeit und das Gespratze aus Diablo 3 drin haben wollen, aber die spielerische Freiheit, also dass du dir Builds bauen kannst und generell ein bisschen mehr Kontrolle über deinen Charakter hast, aus Diablo 2 mehr reinbauen wollen und wir haben auch so Sachen gesehen wie diese, die, die Wardrobe, dass du den Look deiner Charaktere sehr stark anpassen kannst, da sind sie beim Rogue ein bisschen durchgegangen und das sah wirklich super cool aus und ich muss sagen, hier bei diesem, bei diesem Showcase und auch bei dem, was ich mir danach noch angeguckt hab von dem Diablo 4 Panel bin ich schon sehr viel mehr dabei, also ich hatte mir bei der Ursprungsankündigung sehr viel Sorgen gemacht um das Spiel, das hat mich da nicht sehr abholen können, ich hab auch Open World nicht so ganz verstanden und versteh's auch immer noch nicht so richtig, aber das Gameplay vom Rogue und die, die, die optische Gestaltung und die Charakterindividualisierung, das klickt inzwischen mit mir, also ich sehe, ich hab so etwas wie Vorfreude in mir für Diablo 4 und das, da freu ich mich gerade drüber. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, es kommt jetzt bei mir dann gerne so rüber, als wär ich immer der Hater und gerade bei Blizzard hätt ich ja so ein bisschen das Problem, aber ich kann wirklich ganz ernsthaft versichern auch, ich liebe diese, also die Diablo-Reihe ist meine Lieblingsreihe und Diablo 2 ist für mich, glaube ich, das Lieblingsspiel ever. Also wenn ich eine Liste erstellen müsste, wäre auf Platz 1 Diablo 2. Das heißt, dieses Genre allein tut schon mal ganz spezielle Boxen abhaken bei mir, die ich unbedingt in jedem Spiel am liebsten haben wollen würde, diese Loot-Schleife und was ich immer mochte ist, wie viel besser und geschmeidiger sich das spielte im Vergleich zu vielen anderen Titeln. Nun haben aber viele andere Titel mittlerweile aufgeholt und du hast gerade, du hast einen Path of Exile, was viele Leute spielen und wo viele Leute auch sagen, das hat das schon irgendwie überholt. Du hast aber auch andere Titel, die grafisch und inszenatorisch viel gemacht haben. Man guckt, gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel nach Übersee guckt und in Korea mal schaut, was macht die Lineage-Reihe, auch Titel, die da angekündigt sind oder dieses Lost Ark, was seit geraumer Zeit irgendwie angekündigt wurde, auch schon spielbar ist in Russland und in Korea und jetzt dieses Jahr ja nach Deutschland kommen soll, wo fette Bosse mit Sachen, die zusammenfallen, Häusern, also wo du dann in der Burg stehst und dann bricht die zusammen um dich herum. Also fetten Inszenierungen und jetzt gucke ich den schon bei der ersten Ankündigung gegen mir das so und aber auch jetzt, diesmal ging es so. Ich habe bei Diablo 4 noch gar nichts gesehen, nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist ein echter vierter Teil, da gibt es einen Schritt in eine neue Richtung. Das sieht grafisch tatsächlich irgendwie für mich so austauschbar und austauschbar ist jetzt vielleicht auch, es sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, wenn du mir ein Video zeigen würdest, wo du random Spiele dieser Art reinschneidest, die alle modern sind, ich könnte dir hinterher, glaube ich, nicht sagen, welches Spiel davon Diablo 4 ist, weil es so ähnlich aussieht, weil der, es ist so, als wenn sie Diablo 3, haben viele Leute gesagt, ist uns zu bunt, komm, lass uns jetzt einen Filter drüber ziehen, der wie dreckig und dirty und gritty wirkt und dadurch verliert es aber Persönlichkeit, finde ich. Das Einzige, woran ich Diablo erkenne, sind die Zahlen, die aufploppen, wenn du die Leute, wenn du Gegner anschießt. Und das finde ich zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich schade finde, aber es geht mir auch ansonsten, komplett Persönlichkeit, aber auch so dieser Gedanke, Blizzard waren ja die, die in diesem Genre gezeigt haben, was ist möglich. Und ich habe das Gefühl, das ist geendet bei Diablo 2, weil ihnen nichts mehr einfällt, was sie machen können. Jetzt sagen sie eher, okay, wir gehen wieder dahin zurück, was ihr gut fandet bei Diablo 2, das heißt, die Trees werden wieder vielseitiger, ihr könnt wieder mehr machen, um eure Charaktere zu individualisieren und ja, das ist natürlich ein großer Teil des Gameplays. Was bringt dir, wenn du in einem Gebäude stehst, das zusammenfällt, wenn dann das Endgame letzten Endes dich nicht lang genug motiviert. Da gehe ich voll mit. Aber bisher habe ich noch gar nichts gehört von Diablo 4 und da macht die Klasse jetzt irgendwie auch keinen Unterschied, die so ein bisschen aussieht wie die Rogue-Klasse von damals und Demon Hunter aus Teil 3, also wo ich auch sage, okay, das ist so als Ankündigung der Mittelweg zwischen ja, ich schlafe gleich ein und gut, kenne ich schon. Und das ist mir zu wenig, deswegen, ich kann leider bisher überhaupt nicht connect spielen. Das Ding ist, also, ich verstehe es irgendwo, weil die Spiele sich ja sowieso immer sehr ähnlich aussehen und jedes Spiel in diesem Genre sehr viel Überschneidung hat, weil alle auf Diablo zurückgehen und dadurch viel immer mitgetragen wird von den vorherigen Sachen. Bei mir ist es so, dass halt Diablo 3 momentan mein Lieblingsspiel in diesem Genre ist. Ich mag das ja mehr, als ich Diablo 2 mag und ich mag es auch mehr, als ich Path of Exile oder so mag. Das hat bei mir da einen sehr besonderen Platz. Da gehe ich bitte mit. Ich habe das tatsächlich auf PC, auf Konsole und auf Switch nochmal gespielt. Ja, ich auch. Der Sucht dieses Spiels ist auch mittlerweile, weil Diablo 2 spielt sich gut, aber wenn ich die Wahl habe oder wenn ich das modernere Spiel spielen will und da wirklich die Krone des Genres gerade haben möchte, dann ist Diablo 3 meine Wahl. Das ist auch, das sehe ich genau wie du. Und mir kommt halt das, was du sagst, auch irgendwo bekannt vor, weil ich der Meinung bin, wir haben diese Gespräche 2011 auch schon geführt über Diablo 3, weil Diablo 3 auch vorher so dieses Ding war, naja, okay, so richtig viel Neues ist es jetzt nicht, ist es halt schöner und flüssiger und so, aber kann das nochmal reinhauen? Und die Antwort war, ja, aber hallo, selbst in seiner Ursprungsversion, die noch krass kritisiert war, hatte ich mega viel Spaß und dann wurde es einfach immer besser und besser und besser und mit Reaper of Souls nochmal. Und dementsprechend bin ich jetzt halt auch zuversichtlich, dass auch Diablo 4 wieder reinhauen wird, dass das wieder diesen, von mir aus, ob es die Genre-Krone ist, das weiß ich noch nicht, dafür sehe ich noch zu wenig von dem Spiel und dafür weiß ich auch noch nicht, wie Open World sich dann anfühlt, aber wenn ich jetzt die Moves vom Rogue sehe, wie die ihre Skills miteinander kombinieren kann, dass die so die Wahl hat, mit oder ohne Kombo-Punkte zu spielen oder dass sie flüssig switcht zwischen Bogen und Nahkampf, da sehe ich jetzt keine große Innovation, die suche ich ehrlich gesagt auch nicht bei Diablo 4, aber ich sehe smarte Gameplay-Integration und ich sehe taktische Vielfalt und das ist das, was ich dann auch möchte von diesem Spiel und diese Verbindung aus der Spielbarkeit von Diablo 3 und diesen vielen Gegnern und wie es spratzt und wie Ragdoll aktiviert wird und wie Fähigkeiten einfach sich, wie gut sich der Kampf in Diablo 3 einfach anfühlt, das zu kombinieren mit der Vielfalt, die ich auf Charakterbau-Ebene habe aus Diablo 2, das finde ich, klingt halt so gut und von dem, was ich jetzt gesehen habe bei dieser neuen BlizzCon, scheinen sie das auch gut zu integrieren, da kann ich dann eben auch wieder sagen, okay, ja, ich freue mich darauf, ich will dieses Spiel spielen, ich erwarte nicht die große Genre-Revolution, aber die hat auch kein anderes Spiel außerhalb von Diablo gebracht, sondern ich erwarte einfach nur Evolution, also kleine Schritte in verschiedene Richtungen und sie sagen jetzt halt wieder, es ist sehr dieses an Diablo 2 rantasten und versuchen da einen neuen Mix zu finden und das kann man als Rückschritt verstehen, ich weiß absolut, wie du zu dieser Position kommst und kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, es interessiert mich einfach nicht mehr, das hatten wir jetzt schon und gut ist, aber ich merke halt, wie für mich persönlich unkaputtbar dieses Spielprinzip ist, wie ich ja erst in der letzten Woche nochmal Diablo 2 gespielt habe und mir dachte, holy shit, ich könnte jetzt den ersten Akt schon wieder durchrötteln, weil das einfach so instant wieder zündet und bei Diablo 3 geht es mir auch so, deswegen finde ich da halt ganz schön, jetzt eine klarere Vision von diesem Spiel mitbekommen zu haben, weil das fehlte mir bei der letzten Ankündigung von Diablo 4, da wirkt es noch sehr wie, ja, wir machen hier so ein bisschen Open World und Diablo 2 wieder und jetzt scheinen sie sehr viel mehr den Punkt gefunden zu haben, wo Diablo 4 hin möchte und den finde ich sehr schön. Naja, bisher fehlt mir halt, also ich glaube, also erstmal finde ich total gut diesen Vergleich mit, dass du sagst, dafür kennen wir uns ja dann jetzt Gott sei Dank doch lang genug, dass du sagst, damals bei Diablo 3 hast du genau dasselbe gesagt und als du das gerade sagtest, erinnere ich mich ja, stimmt. Trotzdem, ich glaube, ich war sogar der mit Tobi zusammen den Test machte und ich habe, glaube ich, eine krasse Wertung gegeben, irgendwas mit 90 plus. Genau. Weil ich genauso weggeschossen war wie wir alle und war vorher einer der großen Skeptiker. Damals habe ich noch so die große Genre-Revolution erwartet, weil das für mich so ein bisschen die Pflicht von Blizzard war, dachte ich so, weil ich immer der Meinung war, okay, ich habe das ja ähnlich gesehen mit Warcraft 3, wo sie gezeigt haben, so okay, das geht noch mit dem Echtzeit-Strategie-Genre und danach kam dann halt einfach nichts mehr und das hat mich irgendwie immer traurig gestimmt und jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen diese Vorbelastung auch da, weil Blizzard sich als Firma stark verändert hat, aber auch Diablo eine Firma in ein Spiel geworden ist, was jetzt auch bei ihnen selbst nicht, hat zu Probleme geführt. Du hast durch den Kotaku-Artikel ja auch mitbekommen, was hinter den Kulissen los ist. Die Originalmitglieder sind alle nicht mehr da, selbst die Leute, die an Diablo 3 gearbeitet haben, sind alle nicht mehr da und zwischendurch zeitlich wollten sie dir jetzt ja dieses Diablo Immortal, also dieses Handyspiel, was tatsächlich, muss ich sagen, immer noch ein Spiel ist, wo ich sage, das sieht, ehrlich gesagt, also ich möchte das spielen auf dem Handy, ich habe da Lust drin, wenn ich es sehe. Nur war das halt damals in der Kombination, wie es angekündigt wurde. Ja, die Ankündigung war sehr tone-deaf, würde man sagen. Dadurch, weil das so ist bei Blizzard mittlerweile und sie dann jetzt sagen, okay, Leute, hm, also ich weiß, ihr meckert alle, also machen wir jetzt wieder so wie Diablo 2, da habe ich immer Sorge, dass es weniger eine eigene Vision ist, die da der treibende Faktor ist, sondern bei Reddit haben vier Leute gesagt, das sollen wir so machen, also machen wir das so und so fühlt sich diese Ankündigung gerade noch an. Also ich habe danach auch den Panel geguckt, wo sie nochmal ins Detail gegangen sind und da war dann so, es war so ein weirdes Mischmasch. Weil da war dann Mounds ein Thema, Mounds finde ich tatsächlich nicht schlecht, auch dass du die dann dann tatsächlich customisen kannst, die Mounds, aber es weckt schon wieder so ein bisschen die Frage in mir, okay, wenn Mounds so ein wichtiges Thema ist, dann wird die, dann frage ich mich, ist die Open World nicht vielleicht eine Last für das Spiel, wenn du Mounds brauchst, um sie vernünftig durchlaufen zu müssen? Du meinst so eine Lösung für ein selbsterschaffenes Problem, so in die Richtung. Genau, ja. So, und dann hast du diese, dieses, gab es als Thema noch PvP und diese Camps, diese, wo du, die du leer räumst und dann werden das zu kleinen Ups, wo du dann zum Beispiel Shops errichtet werden und du da dann künftig, ähm, ja, es wirkte so ein bisschen, ich konnte gar nicht sagen, wie sich das für auf das Spiel auswirkt, aber es wirkte ein bisschen so wie die, wie in World of Warcraft, wo es ja auch dieses System gibt, wo du quasi eine Quest erfüllst und dann entsteht da quasi ein neues Questgebiet beziehungsweise eine kleine Mini-Stadt und andere Spieler durch das Phasing sehen das gar nicht, weil anders kann ich mir gar nicht erklären, wie das dann in dem Spiel funktionieren soll ohne Phasing. Nichtsdestotrotz, ähm, da war jetzt bisher noch gar nichts zu sehen, also wirklich nichts, also auch was das Endgame betrifft, ähm, vielleicht ist es einfach auch noch zu früh, weil noch zum Beispiel, da haben sie noch gar nichts gesagt. Was ist am Ende die Langzeitmotivation? Die Nephilim-Tore in Teil 3 waren da schon nicht schlecht, also tatsächlich, äh, mochte ich das Endgame jetzt zuletzt im, im aktuellsten Diablo 3 ganz gern, aber das Ganze jetzt dann für Diablo 4 wurde noch gar nichts gesagt und so und ich kann nur den Stand bewerten, den ich gerade vorgesetzt bekomme und der reicht mir noch nicht, um zu sagen, okay, ich bin im Diablo 4, äh, Fieber, aber ich gebe dem Spiel natürlich, also das ist, wie gesagt, äh, es ist meine Lieblingsreihe, deswegen warte ich natürlich trotzdem drauf, aber ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass sie da mehr Herzblut reinstecken, als zu sagen, so, das ist jetzt halt nur eins von vielen. Es ist ja auch gut und richtig, da hohe Erwartungen dran zu haben, weil es Blizzard sind und weil es deine Lieblingsreihe ist, es ist auch eine meiner Lieblingsreihen, also ich habe da auch hohe Erwartungen dran, ähm, aber bei mir ist halt auch so ein bisschen, das schwingt ja auch mit, dass die, die Blizzard-Geschichte in jüngster Zeit, wo ich generell sehr viel Angst hatte, kann das überhaupt was werden noch, äh, mit dem Team, das sie da haben und da hat mich halt, ähm, haben mich halt die Sachen, die sie gezeigt haben, dieses Jahr ein bisschen positiver gestimmt, äh, auch wenn ich natürlich auch nicht Nein sagen würde, wenn sie jetzt noch diverse Innovationen einbauen oder zum Beispiel mal eine Klasse holen, äh, ankündigen, die was komplett Neues ist, weil das muss man ja, kann man ja eigentlich auch sagen, die, die Schurken, die sie ja angekündigt haben, die sieht cool aus und sieht sehr smooth aus und so, aber es ist ein Mix aus Elementen, die wir ja auch schon kennen und da wäre es halt cool, mal eine Klasse zu bekommen, die wirklich eine ganz neue Richtung beschreitet, das fehlte ja Diablo 3 auch so ein bisschen. Dadurch fehlte halt der Wow-Effekt, also, ähm, ne, das ist halt, ja, so ein bisschen. Angekündigt sind jetzt die drei Basic-Klassen, ähm, ich, ne, also den mit dem Krieger und mit ihr und ich glaube Magier gab es jetzt ja auch schon, ich weiß gar nicht mehr, was die, also es ist so banal, irgendwie, was sie angekündigt haben, weil auch die Diablo 4, äh, im Anfangs-Release, wie viel, wer war es da, ähm, der Barbar wurde wieder angekündigt, ne, was wurde noch angekündigt, was gibt es denn jetzt für Klassen? Genau, ich versuche es auch gerade nochmal, also wir haben, Barbar-Jägerin heißt sie übrigens im Deutschen, wir haben den Droiden und die Zauberin gehabt. Ja, so, und das ist halt bisher noch so, wo ich denke, hm, so, da wäre mir selbst der Mini-Crewmancer lieber, also, weil der zumindest so vom Spiel, spielerischen her, ähm, das hatte ich jetzt ja bei Diablo 3 auch wieder gesehen, als der dann als Einzelklasse erhältlich war, also es macht schon wahnsinnig viel Spaß, äh, da so ein bisschen, ähm, out of the box zu denken und, ja, ist, also bisher, wie gesagt, ich, ich würde mich jetzt im Kreis drehen, wenn ich nochmal damit von Anfang an habe, ja, das ist, das ist es bisher nicht und die Rogue, die Jägerin jetzt anzukündigen, fand ich auch so, mhm, okay, fandst du denn den Trailer wenigstens cool? so von der Inszenierung und so? Äh, auch da, so, also, ich, ich, ich habe nicht ganz verstanden, was mir, was man mir, also klar, das mit den Ohren war ein netter Verweis auf, äh, das erste Diablo, wo man im PvP ja, und ich glaube, ich weiß nicht, war es im ersten oder im zweiten? Ich glaube, ich kenne es aus dem zweiten. Dann war es auch im, dann war es im zweiten, wo man diese Ohren im PvP, äh, gesammelt hat, das war ein netter, aber, ja, so viel war ja nicht zu sehen, so, deswegen, äh, war okay, also, okay. Dann lasst uns doch zur nächsten Diablo-Ankündigung kommen, nämlich Diablo 2 Resurrected, das Blizzard zusammen mit Vicarious Visions entwickeln, den Leuten, die zuletzt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gemacht haben und bei dem ja die News war, dass sie jetzt exklusiv bei Blizzard mitarbeiten, das soll noch 2021, noch in diesem Jahr erscheinen, nicht nur für den PC, sondern auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S und X, für die Nintendo Switch, für 40 Euro, es ist ein 4K Remaster und wirklich ein Remaster, also es ist zwar eine 3D-Grafik, äh, in 60 Frames die Sekunde, im Gegensatz zur 800x600 2D-Grafik mit 25 Frames die Sekunde vom alten Diablo 2, aber der alte Code läuft drunter, also man kann auch wechseln zwischen der alten Grafik und der neuen, sie werden eine neue Konsolensteuerung einbauen, aber die Gameplay-Grundlage ist wirklich identisch von Plattform zu Plattform, was auch, was sie auch sein muss, weil es soll, ähm, Cross-Progression geben, also du kannst quasi dir das Spiel auf PC und Switch holen und auf beiden hast du dann die gleiche Charakter-Progression, kannst den einen Charakter dann auf beiden Plattformen weiterspielen. Sie sagen sogar, dass Bugs und Exploits drinbleiben, also dass sie da, äh, die alten Eigenheiten von Diablo 2 beibehalten wollen. Es wird halt Upgrades geben auf Interface-Ebene, auf Spielbarkeitsebene, zum Beispiel, dass man Gold automatisch aufnimmt und nicht einzeln anklicken muss, dass es Item-Vergleiche gibt und es wird eingeschränkten Mod-Support geben, wie exakt eingeschränkt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht so ganz und wir sehen auf den Bildern, die wir bisher kennen von Diablo 2 Resurrected, äh, auch bereits so ein bisschen die Interface-Unterschiede zwischen der PC-Version, wo man wieder sieht, wie Skills auf F-Tasten geslottet sind, äh, wie das im Original der Fall war und von der Konsolen-Version, wo so von einem Xbox-Controller A, X, R, B, L, B, äh, gemappt ist für bis zu sechs Skills und, äh, das ist so ziemlich, so die, die, eine der größten Ankündigungen gewesen, die sie, äh, dieses Jahr gemacht haben, Diablo 2 Resurrected als Rückkehr von Diablo 2, äh, ja, unter anderem auch von den Leuten, die an Warcraft 3 Reforged mitgearbeitet haben, aber Warcraft 3 Reforged ist, glaube ich, auch der größte Stolperstein, den dieses Projekt gerade vor sich sieht, weil ich lese mega oft von Leuten, dass sie sagen, ja, nach, nach Reforged, äh, freue ich mich da jetzt erstmal nicht drauf. Ja, aber es ist so absurd, also, ähm, auch da wieder, ähm, also, sie, sie versuchen ja tatsächlich, so Sachen zu im Schiffen, die bei Warcraft 3 Reforged schon im Vorfeld als Fragezeichen aufgeploppt sind, also, eins zum Beispiel ist, dass die, äh, Cinematics alle umgebaut werden, und zwar alle, und das war ja so eine Frage, die bei Warcraft 3 Reforged, wo jeder sagte, okay, das Intro wird umgeändert, aber alles andere nicht, wieso nicht, und das, äh, Es hieß ja vor allem erst, dass sie mehr machen, und dann haben sie zurückgerudert und gesagt, wir machen doch nicht so viel bei Warcraft 3 Reforged, und am Ende haben sie nur das Intro neu gemacht, und der Rest blieb. Ja. Ja. Also, das Ding ist, ähm, ich war da sehr hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite, ne, ich hab's gerade schon gesagt, das ist mein Lieblingsspiel. So, dann sah ich den Trailer, äh, ich hatte im Vorfeld ja schon, es ist ja geleakt, und da dachte ich schon, auch letztes Jahr, wo Leute sagten, boah, wann kommt endlich Diablo 2 Remake, ich hab die ganze Zeit immer wieder gedacht, warum wollen Leute das? Warum fragen Leute immer wieder, obwohl ein Spiel bereits existiert, und im Fall von Diablo 2, noch anders als bei den meisten Spielen, zum Beispiel, ich hab's vorhin ja bei der Arcade Classic Collection gesagt, so, es gibt ja viele Spiele, ja, die kannst du heute nicht mehr wirklich durchspielen, weil du halt wirklich merkst, so, boah, das ist halt einfach zu alt, oder das muss jetzt auch nicht nochmal sein, oder mehr als Nostalgie ist es dann nicht, aber ich setze mich dann nicht hin, komm von der Arbeit und sagst du, so, jetzt mal eine schöne Runde, äh, was weiß ich, Pac-Man oder so, ähm, und das ist bei Diablo 2, geht das noch? Diablo, du hast es ja jetzt auch im Stream nochmal, dieses Spiel, kannst du immer noch spielen, das sieht zwar grafisch, ne, mit 800 mal 600, uff, ja, auf so einem krassen Monitor, wirklich uff, aber es geht, es spielt sich noch, und da, ich verstehe einfach nicht, warum Leute sagen, von einer Firma, die, ähm, eigentlich ihre, ihre Kapazitäten, gut, sie geben es ja ab an eine andere Firma, aber die sagen könnten so, okay, wir, wir nutzen das, was wir haben, und machen da, stecken einfach alle Ressourcen, die wir haben, in, da, darin, dass Diablo 4 so geil wird, wie irgend möglich, nein, sie bringen dann sowas raus, ähm, wo die Leute sie dann dafür noch, und ich, ich finde halt es schade, dass Leute dann diese, solche Firmen immer wieder enablen, und sagen, hier, verkauft uns gerne für einen richtig schönen, fetten Preis, nochmal ein altes Spiel, was es schon mal gab. So, jetzt sehe ich dieses Spiel, und, auch wenn, als ich den Trailer gesehen habe, es hat was ganz komisches an mir ausgelöst, weil ich erst dachte, so geil, schönere Grafik, und dann sah ich aber die Animation, und weil ich, dieses Spiel so oft gespielt habe, und all diese Animationen, und all diese Bewegungen, alle schon mal gesehen habe, und verinnerlicht habe, sehe ich da dieses Spiel, was so aussieht, wie mein, also was sich, also was sich bewegt, und was, ähm, so Timeframes in den Animationen benutzt, die mein Lieblingsspiel benutzt, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel, weil das, das, was ich da sehe, ist, als hätte jemand, äh, in China gesagt, so, ey, die haben da drüben einen Megahead gemacht, die haben nur zwei Lasters klauen, äh, skinnen, und einfach anders nennen, und so sieht das gerade aus, und da kann ich gerade noch gar nicht sagen, ähm, sieht, also finde ich das gut, dass die Animationen immer noch dieselben sind, und ich zum Teil auch die Effekte finde ich, also die ist, ja, deutlich weniger als Diablo 3, ähm, aber die Grafik, ähm, die über der Spielwelt und über den Charakteren liegt, ist eine andere, und ich finde, das ist so ein ganz weirder Mix aus alten Effekten und Animationen, und modernen, äh, äh, ähm, ja, Charaktermodellen und so, und das finde ich, das, das versaut mir irgendwie diesen Effekt total. Ja, ich, hm, bei mir ist das auch so ein, so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich glaube, ich mag's dann doch eher, weil es ist ein Spiel, was dann diesen modernen Anstrich hat und trotzdem alt aussieht, aufgrund dieser, ähm, staxigen Animationen und so, und bei mir ist das ja auch dieses, ich hab das alles schon tausendmal gesehen, weil ich dieses Spiel so viel gespielt habe, äh, und erkenne dann diese ganzen, äh, Animationen wieder, und, äh, dann hat's schon irgendwo einen Nostalgie-Faktor, und du kannst ja auch einfach zurückschalten auf die alte Grafik, und das ist so ein Ding, aus reiner Erhaltungssicht, finde ich es super, dass sie dieses Spiel, dann noch mal so zugänglich machen, weißt du, äh, dass sie sagen, okay, man kann hier im Wesentlichen das ganz alte Diablo spielen, man kann das ja komplett ignorieren, diese neue Grafik, und sagen, nee, ich spiel die alte Version, und das sogar auf Konsole, also es ist ein, auch verspäteter Konsolenport von Diablo 2, was ich super witzig und interessant finde und mich frage, wie sie das machen, sie versichern uns ja bisher, dass sie so Zauber wie, ähm, also generell die, die, die Flächenzauber, die du wirklich mit der Maus genau gezielt hast, oder so der Teleport oder so, äh, dass sie das irgendwie richtig hinbekommen auf dem, äh, Gamepad, so richtig werden wir es erst erfahren, wenn wir es selbst spielen, aber das finde ich halt interessant, dass sie, dass sie die Gameplay-Grundlage genau die gleiche lassen und trotzdem versuchen, da eine Konsolensteuerung reinzubauen, weil Diablo 2 sich, eigentlich hätte ich gedacht, nicht dafür eignet, und vielleicht tut's das auch nicht, vielleicht spielt sich's auch scheiße, müssen wir mal abwarten, aber grundsätzlich find ich cool, dass es auf diese Plattformen dann kommt und mehr Leute dann Diablo 2 spielen können. Bei der Optik bin ich halt so, ich find die Umgebung und die Zauber und die Monster, die sehen richtig cool aus, man kann sich aber auch auf der Website schon die Charaktermodelle angucken und die sind ein bisschen weird. Also ich find so die Amazone oder der Barbar oder der Totenbeschwörer, die sehen super komisch aus, also da seh ich nicht so ganz das Artdesign vom Original, sondern die wirken so austauschbar. Ich fand auch, dass das komisch wirkte und ich muss sagen, auf Stills, also auf Screenshots, sieht der ganze Look auch total, also es sieht aus, als hätte jemand in After Effects oder Cinema 4D seine Fan-Mod von Diablo 2 gebaut. Also es sieht ganz komisch aus, find ich. Ganz komischer, plastischer Look auch irgendwie. Und ich bin mittlerweile, also alleine durch dieses letzte Zelda-Remake von A Link to the Past, nee, nicht A Link to the Past, Sondern A Link to Awakening, muss ich sagen, das sah auf Screenshots und auch in den Trailern auch so aus, wo ich dachte, ich weiß nicht, dieser komische, knetartige Look. Und dann, wenn du es spielst, ist es dann doch trotzdem geil, weil der ganze zauberhafte Charme des Spiels funktioniert. Deswegen will ich das noch nicht zu stark ... Ich finde auch, Resurrected sieht in Bewegung besser aus als auf Standpillern. Genau, das ist richtig. Ich muss auch sagen, mein größter, der größte Pluspunkt für das Spiel ist das Konsolending, weil ich habe Diablo 3 auf der Konsole fast noch mehr geliebt oder sogar, nee, also das kann ich mit Sicherheit sagen, ich liebe die Konsolenfassung mehr, weil ich es schön finde, dieses Spiel auf der Couch liegen zu spielen. Und ich finde, es geht so smooth von der Hand, wie du die ... Also gerade so was wie die Dämonenjägerin oder so, das ist halt einfach ein wahnsinnig tolles Geschnetzel. Und es fühlt sich mit der Konsolensteuerung einfach einfacher an. Oder einfach ... Also es ist nicht diese Klick-Orge, sondern ich finde, das hat irgendwie einen schöneren Effekt. Und deswegen würde ich tatsächlich, wenn ich Diablo 2 Resurrected spiele, was ich auf jeden Fall machen werde, wäre ja Blödsinn, werde ich es auf der Konsole nachholen, weil da möchte ich auch unbedingt sehen, wie sie das umsetzen. Also es hat seine Für und Wider-Punkte bei mir und ich kann klar sagen, obwohl ich im ersten Moment enttäuscht bin, dass das eigentlich noch die größte Diablo-Ankündigung ist. Und sie mir ... Also ich hätte lieber mehr ein schöneres Diablo 4, eine fettere Präsentation bekommen, weil immerhin sind ja jetzt zwei Jahre wieder vergangen, seit der letzten Ankündigung. Stattdessen ist das das große, der große Reveal. Und es reicht mir nicht. Trotzdem bin ich gespannt drauf. Trotzdem werde ich es auf jeden Fall spielen. Aber irgendwie ist das ... Da bin ich ja selbst einer von den Enablern irgendwie, die dann sagen, ja gut, ich hol's mir dann trotzdem. Und das ärgere ich mich so über mich selbst. Ich hab das damals schon getan bei Diablo 3, wo ich gesagt hab, Mann, ey, die Necromancer-Klasse, viel zu teuer. Und was soll denn dieser scheiß DLC-Gedanke? Und dann hab ich sie mir trotzdem geholt. Ich bin leider zu schwach beim Thema Diablo. Ich bin zu schwach. Also es ist auch bei Necromancer vielleicht auch weird, dass sie nur eine einzige Klasse so released haben und dann noch nix mehr. Ja, es ist ... Ich glaube übrigens, diese Ressourcensache, die du ansprichst, Diablo 4 wird von mehr Ressourcen nicht profitieren. Also ich bin nicht der Meinung, und dass Diablo 4 wenig Ressourcen zur Verfügung hat. Ich glaube, die haben schon richtig, richtig viel, was sie da reinbuttern. Wenn überhaupt, ist es eher eine Frage von Game Direction und Designentscheidung, die am Ende entscheiden werden, wie gut oder schlecht dieses Spiel ist. Weshalb ich jetzt nicht glaube, dass Diablo 2 Resurrected da zum Beispiel irgendwas von wegnimmt, zumal sie auch extra Vicarious Visions reingeholt haben. Und ich bin aber auch so, dass ich sage, es ist ein Für und Wider bei Diablo 2 Resurrected. Einerseits dieses Für aus Diablo 2 in modern, leicht spielbar und so Sachen wie die Interface-Updates oder die ganzen Items in High-Resolution zu sehen, das ist schon ziemlich cool. Und sie haben übrigens auch in diesen Talks über Diablo 2 so Sachen gezeigt aus Behind-the-Scenes-Bildern, wo sie Lut-Golen-Bilder gezeigt haben, aus einer anderen Perspektive. Weil im Original Diablo 2 ist das ja alles auch in 3D gerendert worden und dann in 2D konvertiert. Und dann halt in dieser geringen Auflösung gehen viele Details verloren. Aber es ist super witzig, so einen Screenshot zu sehen von einem 3D-Lut-Golen aus einer komplett anderen Perspektive, die man sonst sieht im Spiel, weil das halt alles in 3D existierte. Also sie hatten da noch sehr viele Materialien, von denen sie dann auch ausgehen konnten für die Designs von Resurrected. Und da bin ich dann doch irgendwie schon interessiert und gespannt drauf. Und dann gibt's ja noch diese ganzen Komfortfunktionen, soll ja auch mehr Platz in der Truhe geben und so eine geteilte Truhe für alle Charaktere. Das ist ... Ja, das werden wir 2021 möglicherweise noch spielen. Man kann sich ja momentan zur technischen Alpha anmelden. Ob das wirklich in diesem Jahr erscheint, da würde ich mal noch ein ganz großes Fragezeichen hinterpacken, wie bei jedem Blizzard-Spiel. Okay. Genau. Dann haben wir noch Overwatch 2, über das wir nicht groß reden müssen, weil das haben sie in der Eröffnungsteremonie auch nur abgewatscht und dann auf die Panels verwiesen. Da wurden halt Maps und Kampagneninfos gezeigt. Aber ich bin ehrlich gesagt bei Overwatch ein bisschen raus. Hast du da Redebedarf? Bitte nicht. Okay. Auf gar keinen Fall. Okay. Dann ... Lass uns lieber über das, was danach kam, noch kurz reden. Jetzt über Metallica. Ja, na, ich finde die Story so wahnsinnig witzig, dass da diese Metal-Band ... Und viele haben ja gesagt, also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es gab danach einen Auftritt von Metallica. Es ist ja eigentlich üblicherweise so, dass die BlizzCon mit einem Auftritt einer befreundeten oder beliebten Band irgendwie beendet wird, nachdem die dreitägige BlizzCon vorbei ist. Jetzt haben sie damit die Eröffnungsshow quasi beendet mit Metallica, was auch so ein bisschen komisch war, weil diese Live-Schalte irgendwie so, dann sagt dann, ich weiß gar nicht, heißt der Lars? Ich weiß es nicht mehr. Er sagt dann so, hey, na, wir sind ja befreundet. Dann weiß er nicht mal, was er sagen soll. Er sagt, na ja, gut, dann legen wir jetzt mal los. Und dann beginnt das Ding. Und auf Twitch switchen sie dann zu 8-Bit-Musik, weil das ja Copyrighted-Musik ist. Auf dem offiziellen Twitch-Gaming-Channel. Auf dem offiziellen Channel. Und dann spielt da Metallica also und ackert sich einen ab. Und statt dann einfach zu sagen, okay, es geht nicht anders, wir machen jetzt hier Schluss, wir beenden diesen Stream, läuft dann Tralala-Musik, während diese Band sich da einen abschwitzt. Und das ist ein Bild, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sehe. Und viele Leute haben dann gesagt, wie witzig das ist, weil gerade, ich glaube, er hieß Lars Ulrich, ist der, ist der Drummer gewesen, der früher so einen, ja so seinen kleinen persönlichen Krieg gegen Napster gefahren ist, gegen die, gegen die Raubkopien. und jetzt wird seine Band selbst Opfer von diesem DMCA-Problem auf Twitch, in dem dann halt, wie gesagt, 8-Bit-Musik über seinen, über seinen Ergüssen läuft. Also es gab ja wirklich eine Texteinblendung von wegen, diese Musik wird gecopyrighted, so als Information, wo ich ja schon fast finde, das ist eigentlich ganz nett, dass Blizzard das so offensichtlich dahin schreiben, weil ja, wir haben in unserem Stream dann auch direkt die Musik leiser gemacht und so ging es ja ganz vielen Leuten, die das gestreamt haben, wo dann im Wesentlichen sie Metallica hatten und niemand konnte Metallica hören, außer die Leute, die halt direkt bei Blizzard geguckt haben, was jetzt auch nicht wenige Menschen sind, aber trotzdem ist es witzig, dass bei so vielen Leuten, also ich glaube, so viele Leute haben noch nie auf einmal Metallica zugehört, ohne Metallica zuzuhören. Weißt du, dass es gemutet im Hintergrund läuft, das finde ich sehr, sehr lustig. Sehr gut, ja. Aber das wollte ich nur ganz kurz einhören. Ja, das ist eine super Story. Gut, wir haben dann noch eine News zu Silent Hill, da gibt es nämlich aktuell wieder Gerüchte und die Gerüchte gibt es ja schon seit Jahren bei dieser Franchise, wie und wann und ob sie zurückkehren wird und momentan gab es ein Interview von CEO Piotr Babino von Blooper Team, also den Leuten, die zuletzt The Medium gemacht haben, mit GI.biz, wo sie sagen, dass ihre nächste IP auf einer Horror-Franchise von einem berühmten Publisher basiert und dass sie da schon über ein Jahr dran arbeiten. Parallel gibt es Interviews mit Akira Yamaoka, der darauf hinweist, dass er an noch einem Projekt von Blooper mitmacht und in einem Interview auch mal gesagt hat, auf die Frage hin, an welchem Projekt er denn gerade arbeitet, dass es das ist, von dem wir hoffen, dass es es ist. Also was auch in Silent Hill-Richtung geht, das war mit AI Hub und dieses Interview wurde danach, glaube ich, auch runtergenommen. Ich glaube sogar, Konami sind dafür verantwortlich, was ja auch direkt wieder ein paar Fragezeichen aufploppen ist. Und VGC, Videogame Chronicle, haben ihre eigenen Quellen, laut denen Silent Hill an einen anderen japanischen Entwickler gegeben wurde und der Reveal im Sommer kommen soll für dieses Spiel. Und sie konnten mit ihren Quellen nicht verifizieren, dass Blooper irgendwas mit Silent Hill machen. Sie weisen aber auf Insider hin, die in der Vergangenheit, also das Golem zum Beispiel, über den wir auch schon ein paar Mal geredet haben hier bei uns, dass Konami Silent Hill an mehrere Entwickler gleichzeitig potenziell geben wird für einen Franchise-Reboot und dass da verschiedene Spiele entstehen. Und das Golem hat gesagt, dass es wohl mal so war, dass Konami diesen Versuch gestartet hat, Silent Hill extern zu entwickeln und sogar in Gesprächen war mit Supermassive Games, den Machern von Until Dawn und da aber gesagt haben, nee, doch nicht. Also das haben sie dann wohl zurückgezogen und bei Supermassive auf die Barrikaden gegangen. also da möchte ich auch gleich noch mal drauf eingehen und bei Supermassive ist wohl dann daraus die Dark Pictures Anthology entstanden, laut Das Golem. Also wie gesagt, sind ja alles nur Gerüchte, es sind keine bestätigten Informationen und laut den Quellen von VGC soll dieses Silent Hill Projekt, dieses neue, was bei den japanischen Entwicklern entsteht, was sehr anderes werden, als man gewohnt ist von der Franchise und der Grund, weshalb Konami das machen, ist so ein bisschen der Misserfolg der letzten von Metal Gear Survive zum Beispiel oder ihren Castlevania versuchen, wo sie dann sagen, wir machen das jetzt halt nicht mehr intern, sondern geben diese Franchises raus, was ich auch für den richtigen Schritt für die Franchises halte und ja, da kann man momentan sehr viel spekulieren, aber auch so ein bisschen, also diese Information, dass Supermassive fast einen Silent Hill gemacht hätten, bestürzt mich sehr, weil wenn ich mir vorstellen würde, Silent Hill in diesem Until Dawn, in dieser Until Dawn-Machart, das wäre, glaube ich, ganz schlimm geworden. Ja, nee, also vor allen Dingen, weil Silent Hill, das ist ja so ein Horror, der kommt langsam und Silent Hill war ja nicht, die Tür springt auf und hui, plötzlich bist du tot oder vielleicht auch nicht, wenn du rechtzeitig die Dreieckstaste gedrückt hast, sondern das war ja eine Atmosphäre-Sache, das war vor allen Dingen auch eine Design-Sache, gerade wenn du so das Silent Hill 2 als Klassiker nimmst mit dem Fog und solche Sachen, also das wäre die falscheste aller Entscheidungen. Also ich meine, es gab ja schon viele, die damals bei Castlevania Lords of Shadow, ich liebe das Spiel, aber man kann sich zu Recht darüber streiten, ob das noch ein Castlevania ist und das kannst du bei dem Silent Hill auf gar keinen Fall mehr machen, weil da ist ja die gesamte Serienidentität einfach weg. So Resident Evil war schon ein harter Schritt, glaube ich, aber ich glaube, viele haben das wirklich gerne aufgenommen, gerade weil du auch bei Resident Evil hast, du ja das gute, Capcom bringt ja immer noch die Spiele raus, jetzt Resident Evil 2 und 3, wo man dann merkt, so okay, ich als Resident Evil Fan kann ich beides haben. Ich kann die Ego-Perspektiven Spiele jetzt spielen, die das Ganze in einem modernen Setting haben und ich kriege aber auch immer noch die alten Sachen und beides funktioniert, beides ist modern und ich glaube, bei Silent Hill können sie das nicht bringen. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was sie damit machen, muss ich gestehen, weil alle letzten Versuche ja gar nicht funktionieren haben. Ich weiß auch gar nicht, wohin mit mir bei diesen ganzen Spekulationen und Gerüchten, die uns jetzt schon Jahre begleiten. Es hieß ja auch, dass das bei Sony irgendwie landet und da dann die Leute vom Original-Silent-Hill-Team mit dran arbeiten und das kann ja durchaus sein, vielleicht sind das die japanischen Entwickler, die Silent Hill bekommen, sodass wir dann quasi ein Sony-Team-Japan-Spiel bekommen und gleichzeitig noch vielleicht ein Blooper-Team-Spiel und auch bei Blooper denke ich mir so, ja, The Medium fand ich jetzt halt nicht so toll. Sie sagen die ganze Zeit, dass sie von Silent Hill 2 inspiriert wurden und dass Silent Hill 2 super toll ist und haben ja Akira Yamaoka, den Komponisten von Silent Hill 2 beziehungsweise von Silent Hill generell bei The Medium dran gehabt, aber ich weiß nicht, ob sie sich an einem richtigen Silent Hill potenziell vielleicht dann doch eher verheben würden und da wäre auch eine große Skepsis vorhanden. Deswegen ist ein ganz großes Hin und Her. Irgendwas mit Silent Hill wird aber aller Voraussicht nach, weil es jetzt schon so viele Quellen sind und so viele Gerüchte und so viele Insider, aller Voraussicht nach in diesem Jahr angekündigt und ich hoffe, dass es eine Reaktion dann wird, die positiv ausfällt, aber bei Konami ist es ganz gut, diesen kritischen Abstand zu haben und zu sagen, nee, wir warten erst mal ab. Okay, dann kommen wir zur letzten Neuigkeit, fast eigentlich schon nicht, sondern einfach nur in einem Trailer, über den ich gerne reden würde, nämlich den Trailer zu Mortal Kombat, der Film, der am 16. April erscheinen soll, dieses Film-Franchise-Reboot von einem Regisseur, der vorher, glaube ich, noch nichts gemacht hat, Simon McQuade ist, glaube ich, sein Directorial-Debüt und Es ist immer gut, wenn man solchen Leuten das gibt, aber Naja, kann halt interessant werden, kann es auch nicht. Wie fandest du denn den Trailer? Es sind ja zweieinhalb Minuten, die sie veröffentlicht haben und der ging ja so ein bisschen durchs Netz. Ich weiß, dass Robin auch schrieb, dass er positiv überrascht war von dem Ding. Wie ging es dir da? Ich war hin und her gerissen, weil ich, also erstmal muss man dazu sagen, ich hatte jetzt vor kurzem erst den Animationsfilm gesehen. Warner Brothers hat letztes Jahr diesen Film rausgebracht. Ich glaube, Scorpions, wie hieß er nochmal? Ich habe ihn, neulich habe ich sogar eine Kritik dazu geschrieben, weil auch da, da hatte ich mich gefreut, weil ich dachte so, okay, sie probieren was ganz komisches, nämlich das mal wegzuholen von dieser Geschichte, die du normalerweise kennst, nämlich das große Turnier, in dem alle sich an die Nase boxen, das entscheidet über die Geschichte der Welt. Genau, es hieß Mortal Kombat Legends, Scorpions Revenge. Auf dem Cover ist auch Scorpions zu sehen und ich dachte, interessant, dass sie jetzt mal damit anfangen, einzelne Figuren zu bringen. Und dann beginnt dieser Animationsfilm damit, dass Scorpion wird gezeigt, wie er noch lebte und was dann passierte, was dazu führte, zu dieser Rivalry mit Sub-Zero, warum er seine Kräfte bekommen hat, warum er dann Leute gerne verbrennt mit seinem kahlen Schädel und solche Sachen. Und dann switcht der Film. Also das ist am Anfang nur, das sind die ersten 15 Minuten und dann wird daraus genau dasselbe wie eh und je. Dann sieht man Lord Raiden, der zusammen mit Luke Kang und mit Sonya Blade und mit Johnny Cage dasteht und dann sagen die, es gibt ein Turnier, ah was, alle so und so viele Jahre muss man um, muss man, und ich dachte so, oh nee, das hat doch so gut angefangen, warum macht ihr denn das? Und dadurch wurde das leider wieder derselbe Mix und da versuchen sie, also da wirkt es so, als hätte man eine Vision gehabt, aber hat sich dann nicht getraut, nur auf Scorpion zu gehen, weil dessen Story immer wieder dazwischen eingewoben wird und das wirkt so wie zwei Filme an einem. Und ich dachte so, ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie bei dem jetzt erscheinenden Realfilm mal genau das probieren, dass sie sich auf wenige Charaktere konzentrieren. So, und jetzt sehe ich diesen Trailer und denke erst mal, gut, der Look ist schön, er ist auf jeden Fall nicht mehr Paul W.S. Anderson und ich mag, dass es R-Rated ist. Aber, dann sehe ich als nächstes mit folgenden Helden und dann sind das alle. Ja, das ist gefühlt, also das sind mehr Charaktere als in Mortal Kombat 1, wo es glaube ich acht spielbare Charaktere gab und hier sind es irgendwie gefühlt doppelt. Das heißt, keiner dieser Charaktere wird irgendeine verwertbare Screentime bekommen, wo man das Gefühl hat, okay, der macht eine Charakterentwicklung durch. Sondern da werden wie, wie beim Street Fighter 2 Film mit Jean-Claude Van Damme, werden dir einfach diese Charaktere ins Bild gestellt, die kämpfen dann gegeneinander und irgendwann ist aus. So, und du darfst dich dann freuen, dass das jetzt zum ersten Mal in R-Rated ist, aber dann muss ich sagen, da kann ich mir auch den Story-Modus von Model Kombat 9, 10 oder 11 angucken. Da habe ich dann tatsächlich sogar noch diesen, diesen erhöhten Trash-Faktor. Also ich bin, man soll ja bei Trailern nicht zu kritisch sein, weil man weiß ja nicht, was man bekommt, aber irgendwie weiß man es dann doch, gerade bei Videospielverfilmungen. Deswegen, nee, also ich muss wirklich sagen, ich hätte mir gedacht, dass das passiert und dennoch, ich glaube, Justin Warren, nee, James Warren ist daran, glaube ich, ja beteiligt, der Typ, der die Saw-Reihe groß gemacht hat. Ich glaube, der produziert das Ding. Genau, genau. Vielleicht bedeutet das was. Vielleicht hat der eine großartige Idee, aber die Idee ist ungefähr so großartig, wie als Christopher Nolan Man of Steel produziert hat und das auch im Grunde keinen großen Unterschied gemacht hat, außer dieses, dieses bisschen mehr gegroundet, diese bisschen mehr Realität. Deswegen, ich bin, ich bin, also sagen wir mal, ich würde nicht sagen skeptisch, sondern ich erwarte das Schlimmste, so wie es, so wie man es halt kennt von Videospielverfilmungen. Ja, ich glaube, meine Befürchtung ist nach wie vor, auch wenn wir hier R-Rated haben und auch wenn so ein paar coole Shots in dem Trailer drin sind, dass dadurch, dass der Trash-Faktor ja schon ein bisschen verloren geht, ne, es wirkt ja jetzt einfach sehr serious und, ähm, halt wie so ein Fantasy-Action-Film, ähm, das ist, da habe ich immer Angst, dass diese Filme einfach nur langweilig werden, weil wir halt so ziemlich genau wissen, was so die Mortal Kombat-Formel ist. Mhm. Und der Trailer jetzt nicht auf viele Überraschungen hindeutet, zumindest wenige, die ich jetzt groß mitbekommen würde, beim Angucken dieses Trailers, äh, und langweilig ist so das Schlimmste, was er sein kann, weil ich habe erst vor, äh, irgendwie zwei Monaten den Mortal Kombat-Film nochmal geguckt, den alten und auch den zweiten Annihilation, äh, und das Ding ist, die sind beide super unterhaltsam. Der erste ist wirklich noch richtig, also den finde ich richtig gut. Den finde ich auch richtig gut. Und der zweite ist so scheiße, dass er halt nicht langweilig ist, sondern einfach mega unterhaltsam in seiner Scheißigkeit. Äh, und ich habe ein bisschen Angst, ich habe nur einfach ein bisschen Angst, dass dieser neue Film irgendwo dazwischen fällt und langweilig wird, weil das wäre das Schlimmste, was ihm passieren kann. Es gibt so ein bisschen, also ich hatte neulich, äh, Tekken geguckt, äh, den, äh, den gibt es ja auch als Realverfilmung und der ist leider auf dieser Seite des Spektrums, wo er nicht trashig genug ist, äh, aber auch doch schon sehr schlecht, aber das Schlechte schlecht. Ja, genau. Ja, also, äh, Mortal Kombat, du sagst es schon, man weiß ja, was passiert und man kennt auch diese Nummer und sie wird nicht besser, dass jemand sagt, es gibt da dieses Turnier und dann geht die Welt unter und ja, wir wissen, wie es ausgeht. und, ähm, ich glaub, Spaß machen wird das Ding schon allein wegen dem R-Rated-Faktor, äh, bestimmt. Mhm. Ja, und wenn die Action gut inszeniert ist, dann kann das ja auch sehr gut funktionieren, auch wenn der Plot hauchdünn ist. Ja, ich fand's zum Beispiel krass, dass sie gleich im Trailer auch zeigen, wie Jax die Arme, ähm, abgerissen werden. Ähm, und da denk ich mir dann so, ja, also, jetzt mal so live, ähm, so, also, ich möchte jetzt zum Beispiel die, ähm, die, äh, wie heißt das nochmal, die Fatalities, da gibt's ja einige, die jetzt auch in den letzten Spielen, wie es gab, wo ich sagen muss, da wird mir regelrecht übel bei. Ja, die so, die Noob-Cyboard-Fatality in echt. Ja, die Noob-Cyboard-Fatality. Es gibt mittlerweile einen Film, wo man das so sehen kann, äh, der ist aber ein anderes Genre und heißt ganz anders. Ja, äh, guckt ihr mal, ne, guckst ihr nicht, ähm, zumindest für die Szene, äh, Bone Tomahawk heißt der Film, der hat eine sehr ähnliche Szene. Und da wird jedem übel, der das guckt, so, zu Recht, so, das muss man nicht auf Kamera haben, ähm, aber wenn das so überspitzt und so flashy mit vielleicht, vielleicht sogar mit, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass sie das so machen, wie in der Original, äh, im Originalfilm von Paul W.S. Anderson, der ja dann noch so eine, so eine Musik hatte, den, 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 das, da, da wird die Gewalt dann eher comichaft, so wie in einem Robocop und da funktioniert das, also, ist die Frage, wie, 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 wie viel Spaß macht es denn dann noch, wenn sie diesen realistischen Ansatz wirklich bis ins Letzte durchverfolgen. Ich finde ja ganz schön, dass sie dieses Modelcom Myth Theme am Ende trotzdem noch mal einspielen in dieser angepassten Version, also irgendwie wird das ja dann schon auftauchen. Im Originalfilm wird das ja irgendwie sechs Mal gespielt, im gesamten Film. Glaubst du, wir kriegen einen Gastauftritt von Christopher Lambert? Ich habe neulich einen Film gesehen, Kickboxer Retaliation, da hatte er auch einen Gastauftritt und dieser Mann ist quasi als Mensch kaum noch zu erkennen, weil seine Botox-Orgien oder was auch da, er hat sich sein Gesicht so zerliften lassen, glaub mir, Tom, wenn der vor der Kamera stünde, du würdest es nicht erkennen. Du würdest nicht mehr wissen, dass es Christopher Lambert ist, deswegen, ich glaube nicht, dass er drin vorkommt. So, und wir machen jetzt direkt weiter mit den Spielen der letzten Woche, weil David muss tatsächlich in wenigen Minuten los und wir haben uns ein bisschen verquatscht bei so ziemlich jedem einzelnen Thema. Du hast noch Little Nightmares 2 gespielt und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe es nämlich selber noch nicht gezockt, ich mochte den ersten Teil sehr, sehr gern und hast du es schon durchgespielt oder wie weit bist du? Nee, ich bin ungefähr bei der Hälfte, aber das Spiel ist tatsächlich super kurz. Ich glaube, ich habe gelesen, so mit fünf Stunden, also wenn du sechs Stunden spielst, bist du schon lang dabei, aber dann musst du wirklich auch alle Geheimnisse. Ich mache das gerade so, weil ich gern die Platin-Trophäe haben möchte, die soll relativ einfach zu bekommen sein. Ich habe den Vorgänger nicht zu Ende gespielt, weil ich mich entsinne, nicht, dass ich das Spiel doof gefunden hätte, sondern damals war das wieder so ein Monat, das ist wieder zwischen alle möglichen anderen Titel geraten und dann dachte ich so, okay, jetzt spiele ich erst mal das und lasse Little Nightmares mal liegen und dann habe ich es nie wieder angefangen. Dementsprechend, oder umso mehr bin ich jetzt begeistert, dass mich Little Nightmares 2 so sehr abholt, wie es das tut, weil ich das richtig, richtig klasse finde. Ich kann es nur empfehlen. Es ist im Grunde ja dasselbe Spiel geblieben, aber ich finde es schön, wie sie, also was ich mich entsinne, ist, dass schon der erste Teil sehr atmosphärisch war. Aber zwei Komponenten, die mir noch mal ein bisschen besser gefallen ist, ist die Atmosphäre und die Stimmung ist noch mal schöner geworden. Es gibt nach dem ersten Kapitel einen, wo du ins zweite Kapitel quasi hinüber wechselst. Da sitzt du auf so einem kleinen Floß und das ist, glaube ich, eine der atmosphärischsten Szenen, die ich in einem, in einem Bewegtbildmedium seit Ewigkeiten gesehen habe. Also das geht eine ganze Weile und ich denke so, wie die Musik, aber gerade auch der Sound. Ich finde das Sounddesign in diesem Spiel ist, also wenn es einen Oscar für Sounddesign gäbe, in Videospielen, das Spiel wäre mein ganz großer Favorit. Ich finde das brillant, wie du nicht nur die Umgebungsgeräusche hast, sondern auch, wenn du zum Beispiel gleich im ersten Kapitel kommst zu unserem Haus und du hörst dann Schritte, die von links nach rechts oben oder unter dir sind und es ist der Wahnsinn, wie sie damit, wie Schritte näher kommen, wie sie erst dumpf sind, dann aber lauter werden und das erzeugt so ein ständiges Gefühl von einer Dauerbedrohung. Das hatte ich so noch oder schon lange nicht mehr in irgendeinem Horrorspiel. Es ist jetzt auch keines, und das mochte ich schon am ersten Teil, das dich mit Jumpscares oder Schockeffekten penetriert, sondern es ist so dieses leichte, es kriecht dir quasi den Rücken hoch und du kriegst eine Gänsehaut. Und das fängt schon im Intro an, das Intro gibt es quasi nicht, sondern es ist wirklich, die Kamera fährt auf so eine Tür zu, während so ein bedrohliches Brummen immer lauter wird und dann switcht es quasi ins Spiel und du hast dann einen neuen Hauptcharakter im Spiel, nicht mehr Sixt aus dem Vorgänger, mit dem kleinen Regenmantel, aber die findest du relativ schnell wieder. Das ist kein Spoiler, du siehst ja auch, wenn du dir die Trailer anguckst oder auch auf dem Plakat, siehst du, dass es jetzt zwei Charaktere gibt und da wird das Spiel so ein bisschen wie, ich kann es am ehesten mit Ico vergleichen, weil es auch tatsächlich eine Taste gibt, um Händchen zu halten, also wo du den Charakter hinter dir herziehen kannst. Das ist nicht so wichtig wie in manchen anderen Spielen, weil der andere Charakter bewegt sich auch immer noch von alleine und folgt dir dann quasi so ein bisschen, so ein paar Schritte hinter dir und wenn du aber die Hand hältst, ist mir aufgefallen, entsteht so dieses Verbundenheitsgefühl, wo du dann, es ist so ein bisschen so wie wenn du, früher, wenn du dich gegruselt hast und ich hatte ja eine Schwester, ich weiß nicht, ob du ein Einzelkind bist, aber für mich war das so, wenn manchmal, wenn meine Schwester nachts wach geworden ist und sich gegruselt hat, um auf Toilette zu gehen, hat sie mich geweckt und dann bin ich händchenhalten mit ihr durch den dunklen Flug gegangen und hab sie auf Toilette gebracht und so fühlt sich das an. Also so eine Situation, die dir ganz toll Angst macht, stehst du dann mit diesem anderen Charakter durch und hilfst ihm quasi und das Spiel macht gegen Ende dann etwas mit dieser Dynamik, die ganz viele Leute sehr überrascht hat und die dann nochmal so eine zusätzliche Ebene reinbringt, die Story wird echt mindfuckig auch dann irgendwann, wenn man dann so ein bisschen durchbringt. Schönes Adjektiv. Und bis dahin ist es aber eine ganz, ganz wundervolle Mischung aus eben diesen Rätselpassagen oder diesen Geschicklichkeitspassagen, die man schon kennt, die ich weiterhin, da habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil ich finde, die Figuren spielen sich, also es erinnert mich so ein bisschen wie an Zeckboy aus Little Big Planet, wo ich auch immer das Gefühl habe, es ist kein, es ist auf jeden Fall kein Platformer. Es will Platformer-Passagen von mir, aber die Figuren spielen sich so wonky. Ja, es ist alles so physikbasiert, das war beim ersten auch so, ja. Exakt. Und das führt zu Situationen, da, wo ich nicht richtig abschätzen kann, wo springt sie jetzt eigentlich hin und was passiert jetzt mit dem Charakter? Und in der einen Situation fällt sie aus einer gewissen Höhe und ist tot, in der nächsten Situation dann nicht, weil das Spiel das dann von mir, von dem Charakter auch erwartet zu überleben und weiß ich nicht, da bin ich nicht so ganz so begeistert, aber wenn ich die Atmosphäre nehme und auch dieses Gefühl, dass du jetzt zu zweit durch diese Welt gruselst, es ist, ich finde, es hat ein richtig schönes Pacing auch, selbst wenn es mal langsam und ruhig wird, ist es immer bedrohlich, ist es immer sauspannend und du weißt nicht, was hinter der nächsten Tür kommt und ohne, dass dich jemand erschrecken würde, sind das einfach Bilder, die brennen sich irgendwie ein. Deswegen kann ich Little Nightmares mir es wirklich nur empfehlen. Ja, das freut mich sehr zu hören. Ich mochte den ersten Teil ja, ohne dass der mich komplett irgendwie umgehauen hat oder so, aber das hatte auch so dieses, diesen anfänglichen Creepy-Horor und hat dann sehr aufgedreht am Ende. Bin dann sehr gespannt, ob das bei Little Nightmares 2 auch der Fall sein wird und hab das auf jeden Fall noch auf der Liste, weil das ja gerade dadurch, dass es so kurz ist, holt man das ja auch recht schnell nach. Genau. Und mich freut sehr, dass Tarsier hier ihre eigene kleine Franchise etabliert haben. Sie haben ja irgendwie auch direkt gesagt, sie sind dann auch fertig mit Little Nightmares. Also das nächste Spiel wird dann wohl was anderes. Das finde ich auch gut. Also ich muss auch sagen, jetzt, also es wäre Quatsch, jetzt noch einen dritten Teil zu bringen, weil du merkst, also A, die Story kommt am Ende, so viel weiß ich schon, kommt am Ende zu einem, zu einem Schluss, wo man das Gefühl hat, okay, da gäbe es jetzt auch nicht mehr großartig viel zu erzählen. Das wird dann klar, wenn man es dann durchgespielt hat. Aber auch, ich glaube, da erschöpft sich jetzt das Prinzip. Also weil rein Gameplay-mechanisch, was sollen sie noch machen? Und auch, man könnte jetzt vielleicht noch, noch einen zusätzlichen Charakter einführen. Aber das ist ja Quatsch. Also ich finde es gut, dass dann auch hier eine Firma sagt, so Erfolg hin oder her. Das war es dann jetzt zu diesem Thema. Und vielleicht kann man auf den Learnings aufbauen. Aber was die auf jeden Fall, also egal was diese Leute haben. Du hast Learnings gesagt, David. Bitte? Machen wir gleich. Ich bin sehr gespannt. Tassier Studios, egal was sie als nächstes machen, ich wünsche mir, dass es etwas ist, was mit Atmosphäre spielt und mit Sound, weil das können die gerade wie sonst keiner. Ja, ich frage mich sehr, ob es dann wirklich wieder Horror wird oder was sehr anderes, was ich mir auch vorstellen kann, weil es bestimmt auch irgendwie anstrengend, die ganze Zeit so was Bedrückendes zu machen. Aber also das freut mich total zu hören und die Kritiken, die ich, also das bisschen, was ich davon mitbekommen habe, ich wollte mir recht wenig durchlesen, weil ich mich nicht spoilern wollte. Das war ja auch eigentlich durch die Bank weg positiv. Da haben sie sich so eine kleine Nische erarbeitet mit diesem Spiel. Und ich hatte auch das Gefühl, Little Nightmares wurde, hat auch beliebt her mit der Zeit, weil das, ich habe das erst jetzt vor kurzem nochmal angespielt in Vorbereitung auf Little Nightmares 2 und war wirklich direkt wieder drin. Also auch wenn da das erste Mal diese eine Kreatur durch eine Tür kommt mit diesen mega langen Beinen und Armen und diesem großen Kot, das ist so, das ist wirklich dieses, was du beschrieben hast, dieses läuft dir kalt den Rücken runter. Es läuft dir kalt den Rücken runter, ja genau. Ja, cool. Dann, weil die Zeit ein bisschen knapp ist, beenden wir an dieser Stelle den Podcast. Ich werde dann nächste Woche über die Guilty Gear Strive Beta-Erfahrung reden, kann dir und euch aber schon mal sagen, dass Guilty Gear Strive bisher hervorragend ist. Mir macht das Spiel richtig, richtig viel Spaß. Die Beta geht übrigens noch bis zum 23. Februar, könnt ihr auch noch spielen, aber nur, wenn ihr es euch schon runtergeladen habt, weil runterladen kann man es nicht mehr. Geht auch nur auf der Playstation leider. Aber ja, da rede ich dann nächste Woche ein bisschen detaillierter drüber und wahrscheinlich auch über Valheim, weil ich das auch gerade spiele, geht ja gerade richtig durch die Decke. Da bin ich gespannt, wie das ist. Und Robin gibt dann seinen finalen Eindruck über Hitman 3. Den ganzen Outro-Kram mache ich gleich solo. Ich weiß, dass du los musst, David. Deswegen verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle von dir. Man kann dich auf Behind abonnieren und da zum Beispiel deine Game of the Year-Videos nachholen. Und du hast ja vorhin die Firsts erwähnt. Wo kann man die denn gucken? Der Kanal heißt GTV. Ist ein Kanal, der von Ubisoft ins Leben gerufen wurde. Da mache ich dieses Format, das kommt einmal im Monat. Außerdem habe ich jetzt mittlerweile auch wieder einen eigenen Podcast, der heißt 2 wie Pech und Schwafel. Da geht es um Kinofilme und tatsächlich reden wir witzigerweise auch diese Woche über Videospielverfilmungen. Videospielverfilmungen. Sehr schön. Die neue Folge kommt am Donnerstag. Da reden wir dann auch über den Borderlands-Film und die Casting-Neuigkeiten zu The Last of Us und so und reden auch mal über so ein paar alte Filme. Weil das scheint jetzt irgendwie, wir waren ganz überrascht, dass Kate Blanchett gesagt hat, was, eine Videospielverfilmung? Borderlands? Bin ich dabei. Mache ich auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Danke. Gut. Super. Mach's gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Genau, bis dann. Tschüssi. So, David habe ich verabschiedet, aber wir haben noch Zeit für die Podcast-Produzenten natürlich und auch für den Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com und steady.de Das würde uns sehr freuen. Ab 5 Euro haltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Und wie schon in der Werbepause erwähnt, wo ich übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht weiß, wo ich die reinschneide, weil dieser Podcast jetzt so eine eigenartige News-Gewichtung hat, da gibt es ja einen Sonic-Podcast, den ich hier an der Stelle auch nochmal empfehlen möchte, weil Robin und ich hatten sehr viel Spaß darüber, sehr ausführlich über Sonic the Hedgehog, den Film zu reden, den wir jetzt nachgeholt haben. Das machen wir dort bei Hooked on Topic. Könnt ihr euch als 5-Euro-Supporter anhören. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Gerebor, Ejenjas, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Chipza, Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dobsy, Fure96, Hauke Braav, Higa Diga, Kola Gahn, Lennart Struck, Lignum, Lila Indiatic, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Nortia, Numemon digitiert zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O, Simon Dupichai, The Epic Snowwolf, The Nerdos Maximus, Tommy 88088, Zombie und Ich bin die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. So, damit soll es das für diesen Podcast gewesen sein. Wie gesagt, in der nächsten Woche rede ich dann mit Robin aller Voraussicht nach wieder über Guilty Gear Strive, die Open Beta. Kann ja schon mal sagen, dass mir das sehr viel Spaß macht. Ich spiele vor allem Milia, heißt sie glaube ich genau, Milia Rage. Das ist so ein Charakter, die ihr Haar zu nahe Mondsichel macht und damit angreift. Und das ist hervorragend. Gibt sehr viele Connection Problems momentan in dieser Beta als kleine Zusammenfassung an dieser Stelle. Aber die Charaktere habe ich alle einmal ausprobiert und sie machen alle Spaß. Und ich freue mich sehr, dann da ein bisschen ausführlicher darüber zu reden nächste Woche. Und ja, Valheim kommt dann auch noch dran. Aber auch da ist mein Ersteindruck bisher sehr positiv. Mich würde es freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier dran und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017